Würdest du aus dem GD3 rausgehen? Sag niemals nie. Was fährst du in der Simulation auf Spar? Weißt du das gerade aus dem Kopf? Kommt drauf an, welche. Nenn mir eine, wo du am schnellsten bist. Formel 1. Nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Du kannst die besten Pedale, Triple Active Pedal und Simucube Ultimate, kannst du alles haben. Aber wenn das scheiße eingestellt ist, dann fühlt sich das scheiße an und dann macht das auch keinen Spaß. Hattest du auch schon so ein Upsi? So ein Max Verstappen-Moment, oder? Nee, Max Verstappen-Moment in Spar, das war ja schon, das war ja nicht ein Upsi. Das war ja schon, okay, ich geh dich jetzt ermorden. Aber so ein kleines Upsi hatte, glaube ich, jeder schon mal. Oh, also schon, ja. Moins in YouTube. Wir haben mal wieder einen wunderschönen Gast bei uns im Podcast. Heute dreht sich, glaube ich, alles mal um beide Welten. Nicht nur die virtuelle Welt, sondern auch die reale Welt. Denn wir haben wahrscheinlich den, ja, man könnte schon sagen, den deutschen Max Verstappen. Nur, dass Tim wahrscheinlich nicht zwei Rennen gleichzeitig fährt am Wochenende. Aber Tim fährt sowohl in der realen Welt als auch in der virtuellen Welt. Tim, grüß dich, moin. Grüß dich auch, moin, servus. Tim, vielleicht möchtest du am Anfang, damit die Leute dich mal einordnen können, ein, zwei Sätze verlieren, wer du bist, was du machst und wo du so herkommst. In zwei Sätzen ist tatsächlich gar nicht so einfach. Aber wo du gerade gesagt hast, ich fahre wahrscheinlich nicht zwei Rennen an einem Rennwochenende. Damit hat eigentlich alles angefangen. Also ich bin 2009 gestartet im Simracing, wobei damals war es noch eher so ein bisschen Computerspielsektor. Da fing das erst alles an mit Lenkrädern. Und bin dann professionell im Simracing gefahren. Habe 2016 und 2017 die AMG E-Racing Competition gewonnen. Und 2018 durfte ich dann ein Rennen GT4 fahren bei dem letzten Rennen von Mercedes-AMG in der DTM. Und da bin ich tatsächlich dann beides an einem Rennwochenende gefahren. Also zum einen im GT4, zum anderen am Simulator. Habe aber eher das Simulator-Rennen nicht gewinnen können. Also da hat der Max mir noch ein bisschen was voraus. Aber so fing es eigentlich dann an für mich im echten Motorsport. Und dann durfte ich 2019 die GT4 Germany fahren. Bin dann drei Jahre in der DTM Trophy gefahren. Und jetzt letztes Jahr 2023 in der DTM. Dazu noch auf der Nordschleife Asian Le Mans Series. 24 Stunden Spa. Also dann doch ja mittlerweile ein relativ umfangreiches Programm im echten Motorsport. Witzigerweise konnte man das so in Schnipseln sehen, weil ich erinnere mich noch an die, ich glaube es war ein Porsche, eine Porsche-Dokumentation. Ich komme immer nicht auf den netten Fahrer, der das gemacht hat. Der, oh, er ist auf jeden Fall in den Finanzen unterwegs. Und da hat man dich im Hintergrund gesehen. Und ich habe mir so einen Lochenarsch gefreut, dass man dich da gesehen hat, dass du, ich glaube es war sogar kurzfristig, dass du eingeladen wurdest zu dem Rennen 24er Spa, oder? Das war zwei Tage vorher. Also der Ingenieur, der mein Auto auf der Nordschleife betreut, der war bei einem Partnerteam in Spa. Und der wusste, dass ich auf der Suche bin nach einem Fahrerplatz. Zu dem Zeitpunkt war ich auch noch silber eingestuft. Das macht es immer so ein bisschen leichter, da Fahrerplätze zu finden. Ja, der hat uns dann connected. Und dann ging es ja relativ Schlag auf Schlag. Ich glaube, Dienstagnachmittag hat er mich angerufen. Und ich habe natürlich zugesagt, bin dann eher kurzfristig noch angereist, war gerade noch rechtzeitig zum Fahrer-Fotoshooting. Und ja, alle vier Fahrer, war auch so eine lustige Geschichte, hatten unterschiedliche Rennanzüge. Tatsächlich wurde dann zum Teil wegen uns, wir wissen nicht, ob es nur wegen uns war, aber wurde dann nach dem Rennwochenende auch das Reglement geändert. Seit dieser Saison müssen alle Teams für das 24-Stunden-Rennen in Spa dieselben Rennanzüge haben, sonst gibt es eine Strafe. Das war schon ein lustiges Bild, wo wir dann alle da auf dem Podium standen und ja, so ein bisschen wild zusammengewürfelt aussahen. Das konnte man in der Dokumentation auch sehen. Das fand ich sehr witzig. Vor allen Dingen hattet ihr selber ja auch im Laufe der Zeit so eure Witzchen darüber gemacht, also bevor das Rennen losging, die alle so durchgewürfelt aussieht und ihr eigentlich gar nicht als Team dasteht. Aber am Ende habt ihr ja trotzdem eine fantastische Leistung gebracht. Ich meine, für dich war das Rennwochenende doch ein voller Erfolg, oder? Ja, eigentlich so erfolgreich und so kurzfristig, dass man es gar nicht so realisiert hat, weil das ist so ein großes Rennen und hat so viel Prestige und da sind die Crème de la Crème der Fahrer vor Ort. Alle Werksfahrer fahren eigentlich mit und ja, zum einen dann auf der Pole zu stehen, gut, mein Teamkollege Matteo hat die eingefahren, aber trotzdem als Team da ganz vorne zu stehen von dem Fahrerfeld, ist natürlich ein großartiges Gefühl und auch ich war mit meiner Performance sehr zufrieden. Ich glaube, ich war in meinem Quali-Segment Zweiter oder Dritter in der Gesamtwertung, in der Klasse Erster und das war natürlich für das erste Mal mit dem GT3-Auto in Spa ja phänomenal und dann das Ganze abzurunden mit dem Klassensieg und dem bestehenden Rundenrekord war für mich natürlich enorm wichtig, auch strategisch für alle anderen Rennen, die dann gefolgt sind und natürlich fürs Ego, fürs Selbstbewusstsein natürlich enorm wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt bei Google reinschmeiße, Spa Rundenrekord GT3 taucht deinen Namen auf. Korrekt. Das wird ein Live-Test. Das habe ich noch nie gemacht. Steht sogar in der offiziellen Pressemitteilung für das diesjährige Rennen drin. Rundenrekord GT3 Spa. 2 Minuten 17, 08, 7. Aber hier steht nicht wer. Doch, tatsächlich steht das. Tim Heinemann. Dafür können wir jetzt einmal ganz kurz klatschen. 2, 17. Was fährst du in der Simulation auf Spa? Weißt du das gerade aus dem Kopf? Kommt drauf an, welche. Nenn mir eine, wo du am schnellsten bist. Formel 1. Nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ach, Mensch. Also, das Ding ist ja wirklich, mittlerweile ist das ja, also nicht nur in echt, sondern auch in der Simulation so abhängig von den Bedingungen. Also, der Rundenrekord in Spa war jetzt auch unter Rennbedingungen. Das heißt, ja, mit vollem Tank, am Anfang vom Stint mit neuen Reifen. Und so fährst du in der Simulation eigentlich nicht. Du fährst ja immer leeren Tank, neue Reifen. Ja. Und da bist du natürlich dann noch ein bisschen schneller. Aber, ja, es kommt wirklich drauf an, wie die Grip-Verhältnisse dann eingestellt sind. Wie ist denn das für dich, so vom Gefühl her eine eigene Dokumentation zu haben über dich selber? Cool. Ich muss dazu sagen, ich habe selber nicht alle Folgen geschaut, weil ich mag es nicht, mich selber zu sehen oder zu hören. Okay. Deswegen fällt mir sowas dann immer ein bisschen schwer, selber anzuschauen. Aber, ja, ich glaube, das Feedback bis jetzt, was ich gehört habe, war ja durchweg positiv. Und, ja, ist natürlich ein cooles Gefühl. Und vor allem ist es natürlich toll, weil man ja irgendwo was hat, was man vielleicht in fünf oder zehn Jahren auch nochmal sich anschauen kann, worauf man zurückblicken kann und sagen kann, dass es ja eine tolle Zeit war, natürlich mit positiven und negativen Momenten. Aber alles so ein bisschen, ja, festgehalten in dieser Dokumentation ist natürlich, ja, toll, dass das aufgenommen wurde, dass ich da begleitet wurde von dem Kamerateam. Wie lange haben die dich jetzt begleitet dann für die Zeit? Ja? Ja, nicht ganz. Also es fing mehr oder weniger kurz vor der Rennsaison an. Die waren ja nicht bei allen Rennveranstaltungen vor, also bei zwei Wochenenden, glaube ich, nicht. Und ich sage mal, ja, nach der Saison, ich glaube, ein oder zwei Monate danach haben wir nochmal was gedreht. So ein paar Sequenzen. Aber ich sage mal so, insgesamt acht, neun Monate. Also nicht das komplette Jahr, aber das ist natürlich dann schon umfangreich, nicht nur für mich, sondern auch für die, weil die hatten mehrere Terabyte an Videomaterial, mussten extra noch neue Speichermedien kaufen, neue Festplatten kaufen und da waren da, glaube ich, auch ein bisschen überrascht, was dann da an Material zusammenkommt, weil auch alles so ein bisschen, ja, ich sage mal, überwacht gefilmt wurde. Also der Boxenfunk, der Boxenstand wurde jedes Mal mitgefilmt, in der Box wurde gefilmt, an der Strecke wurde gefilmt. Die Onboard-Aufnahmen und das ganze Material dann natürlich auch zu sichten, dauert hunderte, wenn nicht tausende Stunden. Und, ähm, ja, dann am Ende zu sehen, dass eigentlich nur so ein kleines bisschen übrig bleibt, äh, an Video. Ich sage mal so, eine halbe Stunde bis 40 Minuten gehen die Folgen ja. Ist natürlich dann schon, ja, krass, dass da eigentlich so viel weggeschnitten wird, aber, ja, Hut ab an die Jungs, die haben das, glaube ich, wirklich gut, ja, hinbekommen. Wo du das jetzt gerade sagst mit dem, mit dem Überwachen, heißt das, dass jemand aus dem Team gesagt hat, das ist okay und das ist nicht okay? Ja, also nicht nur aus dem Team, auch ich und, äh, KW, wir hatten natürlich da alle so ein bisschen, ja, die Folgen vorab gesichtet, um zu schauen, ist da irgendwo, ja, Informationen mit drin, die nicht so für die Öffentlichkeit bestimmt ist, gerade die Teams und die Hersteller sind da natürlich vorsichtig, vor allem in so einem Umfeld wie der DTM, wo alles so ein bisschen, ja, so eine leichte Brisanz hat, sage ich mal, vor allem am Anfang der Saison, wo man natürlich so wenig Infos wie möglich rausgeben will. Ich meine jetzt nach der Saison, da ist das natürlich schon ein bisschen lockerer, aber auch da muss man natürlich aufpassen. Also zum einen muss man natürlich, ja, berücksichtigen, dass jeder, der zu sehen ist, da auch irgendwo in einem guten Licht dargestellt werden möchte. Das hat das Team, glaube ich, auch gut hinbekommen, also das Team von der Doku, aber, sag mal, gerade für die, für die Rennteams und Hersteller, wie gesagt, da, ja, sollte das natürlich eigentlich so wenig Informationen wie möglich beinhalten. Wir versuchen für die Doku natürlich so viele Infos wie möglich reinzupacken, um es für den Zuschauer interessant zu machen und da muss man natürlich so ein bisschen so ein Spagat dann finden, aber ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Ich habe die erste Folge gesehen, aber da war mir leider zu viel Werbung. Jetzt ist er endlich auf YouTube da. Ich bin gerade am überlegen, wie sein Name war. War es Marius, der etwas größere Herr, der beim Boxenstopp so einen richtigen Anpfiff verteilt hat und die Druckluft richtig reingeschäppert hat ins Auto? Marius, ne? Ja, das war Marius, ja. Also das ist wirklich so ein Mensch, der ist richtig sympathisch und als ihr in der Box gestanden habt und ich weiß gar nicht, ich glaube, er war an den Dämpfern irgendwas und rumfummeln und du hast ihm so eine richtige Spitze reingedrückt. Ich denke mir so, Tim, ah, du, okay, hätte ich jetzt nicht gemacht, aber du, spiel ruhig mit deinem Leben. Ja, da muss man ja erstmal so ein bisschen ein Gefühl für aufbauen, weißt du, so ein bisschen mal über die Grenze drüber schlagen und gucken, wie wird reagiert, aber hatten natürlich gute und auch schlechte Momente zusammen, aber das gehört zum einen auch dazu und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass man gegenseitig ja offen und ehrlich und vor allem auch direkt ist, weil man hat im Motorsport auch einfach keine Zeit, um da irgendwie um den heißen Brei drum zu reden und ich glaube, das kann der Marius ganz gut direkt sein. Wie gesagt, das hat natürlich Vor- und Nachteile, aber ich komme mit der Art klar, ich finde es cool und ja, wir hatten auf jeden Fall eine schöne Saison zusammen. Es sah auf jeden Fall auch sehr schön aus, zumindest in der ersten Folge, also das Ding wird auch in einem Ritt durchgeguckt. Bin ich sehr gespannt. Ich finde es... Erste und zweite Folge kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, super geil und die könnte ich mir immer wieder angucken. Danach kommt ja so ein bisschen der Rest vom Saisonverlauf, wo es dann ja so ein bisschen weniger erfolgreich wurde, aber ja, ich meine, wie gesagt, Höhen und Tiefen gehören mit dazu und ich meine, die Namen der einzelnen Folgen zeigen ja auch schon so ein bisschen, worum es geht und Folge 3 müsste wie gewonnen so zerronnen heißen und ja, ich kann es kann es dir auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzuschauen und da auch so ein bisschen auf die Hintergründe zu achten und dann versteht man, glaube ich, schon relativ gut, wie das auch so zusammenhängt, warum man auf einmal besser ist, als wie man es eigentlich erwartet hat und dann ab und zu auch überhaupt gar nicht versteht, warum es nicht läuft und ja, das ist da alles eigentlich ganz gut drin verpackt. Wie war denn das jetzt für dich, ich meine, du hast ja, das konnte man ja zumindest auch sehen schon in der ersten Folge, du hast ja ausschließlich eigentlich am Computer gesessen, wie war denn das jetzt für dich, dass auf einmal die Möglichkeit bestand, in einem richtigen Auto zu sitzen, also kannst du dich noch erinnern, wie du dich selber gefühlt hast in dem Moment? Ja schon, also die Geschichte ist etwas umfangreicher, aber wir haben ja Zeit. Wir haben Zeit. Also ich bin ja 2009 Kart gefahren, nicht professionell, sondern so im Hobbybereich, aber ich bin es halt gefahren, muss man dazu sagen, also ich bin nicht nur Simulator gefahren, aber über den Kartsport kam ich ja zum Simulator, weil ich halt eben da eine Saison gefahren bin, bin auch der Clubmeister geworden, aber ja meine Familie oder mein Vater hat einen Sanitärheizungsbetrieb gehabt, also ich sag mal eine typische Handwerkerfamilie, den Beruf habe ich ja auch erlernt, habe dann eine Ausbildung gemacht und nach der Saison war halt die Kohle einfach nicht mehr da, auf gut Deutsch gesagt und dann war das auch relativ schnell beendet und mein damaliger Teamchef, der hat damals schon Simracing gemacht, wie ich eben schon mal gesagt habe, damals war es eigentlich noch kein Simracing, damals war es eher so ja ein bisschen zocken und Rennauto fahren und ja so hatte ich dann damit angefangen, aber mein Ziel von Anfang an war es immer schon darüber, irgendwie in den echten Motorsport wieder zu kommen, also ich hatte nie die Ambition und deswegen hatte ich auch viele Angebote und Verträge immer abgelehnt, meine Ambition war es nie, professioneller E-Sportler zu werden, ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, habe damit auch, ich habe mal ein bisschen Geld verdient, aber dieses ganze Geld, diese ganzen Preisgelder habe ich immer mir aufgespart, um irgendwann davon mir einen Testtag oder ein Rennen zu ermöglichen und ja, so habe ich parallel zu diesem, sag mal, professionelleren Simracing dann schon angefangen, mich umzuschauen, wo kann ich denn mal einen Testtag machen, habe dann den Test gefahren in so einem kleinen, seriennahen BMW in Spa im Regen, habe mich da auch ganz gut angestellt, dasselbe Team hat so, ja, Fahrerkurse gemacht, das was man so bei Jochen Schweitzer buchen kann, sage ich mal, da war ich dann als Coach engagiert, also obwohl ich eigentlich gar nicht so viel echte Rennauto-Erfahrung hatte, war ich schon der Coach und habe da Leuten gezeigt, wie man ein Rennauto fährt, einfach weil ich das alles schon kannte vom Simulator, also das ging mir total leicht von der Hand und sag mal, quatschen kann ich eh gut und so hat das dann halt funktioniert, da bin ich, ja, Ringtaxi gefahren auf der Nordschleife, habe da so ein bisschen halt so nebenbei gearbeitet, habe versucht mir, ohne eigenes Geld einzusetzen, Rennstreckenkilometer, ich sag mal, zu erhamstern, habe da dann auch mit eigenem Geld angefangen, ja, RCN und VLN-Rennen zu fahren und gleichzeitig kam eben diese Nummer mit der Mercedes E-Racing Competition, wo ich im ersten Jahr gewonnen habe und da war der Preis, dass man bei dieser AMG Academy in Imola durfte man dann AMG GTR, C63, A45 und E63 fahren, also die Straßenautos durfte man halt ein bisschen da im Kreis fahren und das hat auch Spaß gemacht und war natürlich geil zum ersten Mal auf so einer internationalen Rennstrecke zu fahren und im selben Jahr habe ich dann ja wieder die E-Racing Competition gewonnen und da haben sich halt die Leute von der Academy an mich erinnert, weil ich mich da, sagt man, nicht ganz so blöd angestellt habe und habe da auch tatsächlich so ein bisschen auf den Sack bekommen in Imola, weil ich da gedwiftet bin und bin da halt ein bisschen rumgeheizt und die haben mir dann angeboten, okay, vielleicht wäre es ein bisschen passender für dich, wenn du Rennauto fährst und anstatt eben diese, ich glaube, zwei oder drei Tage waren es mit Straßenautos, wurde mir dann angeboten, einen Tag mit Rennautos zu fahren in Valencia, das war dann der AMG GT4, kurzfristig davor wurde mir dann sogar noch ein Slot angeboten im GT3, da musste ich dann glaube ich, 1000 oder 1500 Euro waren es auf Preis für bezahlen, für mich zu dem Zeitpunkt natürlich eine Menge Geld, ich wusste aber, ja, was es eigentlich kostet, GT3-Rennauto zu fahren, von dem habe ich natürlich sofort zugesagt, weil, ich sag mal, einen halben Tag GT3-Auto fahren für 1500 Euro, also ich glaube, jeder, der sich da halbwegs auskennt, allein die Reifen, die ich da verheizt habe, waren teurer und, ja, so kam das dann zustande, dass ich zum ersten Mal in so einem richtigen GT-Rennauto saß, also alles so ein bisschen, ja, mit Glück und zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dann die richtigen Leute getroffen und so und, ja, dann war ich da in Valencia und bin da den Vormittag umhergefahren, den Nachmittag im GT3-Auto dann, da war der Manuel Metzger, mein Beifahrer aus versicherungstechnischen Gründen, der war dann auch mein Coach gleichzeitig, hat mich da auch ganz gut angestellt, der war zufrieden und vor Ort habe ich halt auch Bernd Schneider kennengelernt und da haben wir uns ein bisschen gebettelt, am Ende vom Tag war im GT4-Auto ich eine Zehntel schneller und im GT3-Auto er eine Zehntel schneller, das war für mich natürlich schon mega geil, überhaupt so einen, ja, fünffachen DTM-Meister, so eine Rennsport-Legende kennenzulernen, ja, da haben wir uns abends so ein bisschen unterhalten und da hat er gesagt, ey Tim, ich guck mal, was ich machen kann, vielleicht ergibt sich ja irgendwas und ich denke, jeder, der im Motorsport schon mal unterwegs war, kennt die Aussage und ich dachte mir zu dem Zeitpunkt auch, ach komm, da kommt eh nix, der hat jetzt zwar meine Handynummer, der meldet sich aber eh nicht und war eine schöne Zeit und ja, war dann jetzt halt so, aber nach einer Woche hat er sich tatsächlich gemeldet und hat es bei AMG organisiert, dass die ja mein erstes GT4-Rennen gesponsert haben und lange Rede, kurzer Sinn, so kam nach all diesen Jahren das dann halt zustande, dass ich so ein bisschen, ich sag mal, auf der einen Seite mir das erarbeitet habe, auf der anderen Seite ja die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt kennengelernt habe und auf der dritten Seite ja einfach so ein bisschen auch da reingerutscht bin, sag ich mal, ja, dass ich da, ja, dann auf einmal im GT4-Auto in Hockenheim saß und ja, mein erstes Rennen auf dem Podium auch beendet habe und das hat gereicht, um die richtigen Leute, sag ich mal, zu überzeugen, dass diese Geschichte, damals haben wir es noch vom Virtual-to-Wheel genannt, ja irgendwo weitergehen muss und tatsächlich jetzt so im Nachhinein betrachtet, jetzt auch mit der DTM, sieht die Geschichte sehr, sehr kurz aus und es kommt teilweise so rüber, wie dass ich, ich sag mal, ein bisschen Simulator gefahren bin und schwupps, saß ich im DTM-Auto, aber eigentlich war es, ja, ich sag mal, ein Projekt, was über zehn Jahre jetzt lief, also mittlerweile dann eigentlich 15 Jahre, wenn man von 2009 ausgeht bis heute, ja, einfach, ja, eine enorm zeitfressende, anstrengende Zeit, kann mich daran erinnern, dass ich teilweise bis drei, vier, fünf Uhr nachts irgendwelche Konzepte geschrieben habe, kalkuliert habe, wie kann man das denn darstellen, ich habe hunderte, wenn nicht tausende Sponsoren angeschrieben, wo ich keine Antwort gekriegt habe, ich habe mir ununterbrochen Gedanken gemacht, wie schaffe ich es denn irgendwie, Rennen zu fahren und, ja, irgendwie hat es halt funktioniert und, ich sag mal, dann, ja, nach kurzer Zeit irgendwann in der DTM zu sein, ist natürlich, ja, sag mal, der Traum eines jeden E-Racers, Sim-Racers, wie auch immer man die jetzt nennen mag und vor allem als Deutscher, dann noch mit einem Porsche da anzutreten in der DTM ist natürlich, ja, was ganz Besonderes gewesen. Und mit Sexy Livery muss man auch sagen. Also, ja, das war auch wieder sowas, dass ich habe irgendwie, ach, ich weiß es nicht, im Kartsport haben wir alle immer gesagt, du musst zur richtigen Zeit im richtigen Ort, sondern da dachte ich mir, ey, was labert ihr eigentlich für eine Scheiße? Ich erarbeite mir das einfach, aber es ist wirklich so. Ich habe einfach das, ja, unheimliche Glück, dass, ähm, zeitgleich zu all dem, was ich eben erzählt habe, ähm, 2018 oder 17, der Klaus Wohlfahrt, äh, auf mich zukam und wir kennen uns schon seit, ich glaube, 2012 oder 2013, weil seitdem fahre ich Race Room, beziehungsweise damals dieses doch Race 07 oder GTA Evolution, glaube ich. Seitdem kennen wir uns, da kam er auf mich zu, weil er halt mitbekommen hat, äh, dass ich diese Sanitär-Heizung-Ausbildung mache, so ein bisschen Stress mit meinem Chef hatte, weil der mir keinen Urlaub geben wollte für den Motorsport und da hat er mir angeboten, eine Ausbildung bei KW zu machen und, ähm, seitdem bin ich Teil der KW-Automotive, ähm, nicht nur als Motorsportler, sondern auch als, ja, damals Azubi und jetzt heute Mitarbeiter im Rennsport und über diese Kanäle kam halt der Kontakt auch zum John-Pierre Krämer zustande, weil wir, ja, vor der Saison gesagt haben, hey, wir brauchen doch zu der Geschichte auch irgendwie, ja, ein geiles Design und, ach, da gab es wirklich, wirklich hässliche Vorschläge und, äh, es gab wirklich hunderte Vorschläge und, ähm, der, der Klaus wollte eigentlich sowas ganz Einfaches haben, ich sag mal, ein weißes Auto mit Logos drauf. Ja. Und wir haben von Anfang an gesagt, hey, das muss irgendwas sein, was knallt und, äh, da war uns von Anfang an eigentlich klar, ja, wenn's da einen gibt, der sowas kann, dann ist es der John-Pierre Krämer und, äh, ja, über diese KW-Kanäle, ja, haben wir den dann angesprochen und der fand die Idee auch geil und, äh, ja, so kam, sag ich mal, das bunte Auto zustande, was ja auch so ein bisschen die Geschichte von KW trägt. Weiß ich, ob man das so, so mitbekommen hat, aber dieses Magenta oder Purple und dieses Mint, das hat ja eine Bedeutung, also das sind die, die Farben der Anfänge von KW, also die Autos, mit denen die Chefs damals mit Motorsport angefangen haben oder im Slalom-Sport angetreten sind, die hatten eben diese Farben und, äh, das so ein bisschen, ja, eingearbeitet in diesen JP-Performance-Stil, würde ich den einfach mal nennen. Er hat halt eben dieses, ja, unfassbare, ja, Auto ergeben, was, glaube ich, ein absoluter Eye-Catcher ist. Ja, es ist auf jeden Fall ein Eye-Catcher. Also ich sehe relativ häufig sogar in, äh, in iRacing-Leute damit rumfahren. Also, da gibt's hier auch... Ja, wobei, da gefällt's mir nicht ganz so gut. Also, tatsächlich bin ich da ja so ein bisschen ein Perfektionist und in, in RaceRoom haben wir es ja wirklich, ich sag mal, eins zu eins abgebildet, weil wir natürlich die ganzen Design-Daten, die auch der Folierer ja als Basis hatte, ähm, ja, da zur Verfügung gestellt haben. Und in iRacing ist, oder in den ganzen anderen Simulationen auch, ist das ja einfach so ein bisschen nach der Optik nachgearbeitet. Aber da sind die Farben dann leicht anders und dann stimmen die Logos nicht und so. Und ich hab da schon ein Auge fürs Detail und, ähm, ja, würde da natürlich gerne, ja, so ein bisschen, ja, der Community helfen und da Daten zur Verfügung stellen. Aber wir wollen uns das natürlich auch so ein bisschen für RaceRoom als Alleinstellungsmerkmal behalten, dass eben die Leute, die das perfekte Auto fahren wollen, die müssen dann halt, ähm, ob sie wollen oder nicht, RaceRoom fahren. Ah ja, aber es ist so, wollte ich gerade sagen, ist es da so, du hast, würde ich sagen, dadurch Fans logischerweise von dem Auto und das ist doch auch, denke ich, ein gutes Gefühl. Ja, ich glaube auch, also gerade dieses, ich fahre nur dies und fahre nur das, auf der einen Seite bin ich selber so oder war so, aber ich glaube, mittlerweile sind alle Simulationen so gut, dass es einfach unheimlich viel drauf ankommt, wie stellt man das Lenkrad ein, wie stellt man das vor Speedback ein und so. alle haben eigentlich lasergescannte Strecken, alle haben die Geometrie und die Fahrzeugdaten von den Herstellern zur Verfügung gestellt bekommen und da gibt es eigentlich keine Software, die schlecht ist. Also, die einen hat ein paar Vorteile, Nachteile, die andere genauso und, ähm, bei RaceRoom oder bei dem Porsche speziell ist es aber halt einfach so, dass wir da wirklich die echten Daten als Grundlage genommen haben und ich da auch viele, ja, Daten zur Verfügung gestellt habe aus der, äh, letzten Saison und, ähm, ähm, ja, das Auto eigentlich schon sehr, sehr nah da dran kommt. Das merke ich immer wieder selber, wenn ich, äh, jetzt mich auch auf die Nordschleife vorbereite, dass da, ja, ich dann auch am Überlegen bin, okay, fahre ich nochmal ein bisschen Assetto Corsa Competition, weil da ist die Nordschleife neuer oder fahre ich ein bisschen iRacing, aber am Ende lande ich doch wieder bei RaceRoom, weil wir da einfach ja tatsächlich ein gutes Paket erarbeitet haben. Auch wenn die Nordschleife ein bisschen in die Jahre gekommen ist, sage ich mal, kommt das Fahrverhalten wirklich sehr, sehr nah dran und auch da haben wir ja mit Falken zusammen ja auch am Reifenmodell viel gearbeitet und da bin ich dann doch, ja, auch so kritisch, wie ich immer bin. Äh, die Entwickler werden sich an meine kritischen Worte erinnern, aber bin ich dann doch, sehr zufrieden. Also, du benutzt, fährst du alleine auf der Strecke, wenn du trainierst jetzt oder ist irgendjemand da? Äh, meistens alleine, also ich war meistens wirklich so für mich, also ich muss dazu sagen, die meisten Strecken kenne ich eh und dann fahre ich einfach so just for fun. Tatsächlich mache ich auch Fahrercoaching, also gerade mit Gentleman-Fahrern oder mit Fahrerkollegen, wo man dann eben, ja, zusammen auf der Strecke fährt oder wo ich vielleicht eine Hotlab setze und das ist bei Wacem halt auch das Coole, dass du halt eine Bestzeit setzt und der andere kann den Geist sozusagen herausfordern und kann sehen, wo du halt langfährst. Tatsächlich auch mit Datenauswertung, also die Daten von Wacem kannst du auch in Smotec überspielen, die echten Daten kannst du auch konvertieren, dann kriegst du es auch in Smotec und ja, da kann man dann schon ja relativ viele coole Sachen mitmachen und sich da ja wirklich ganz gut ranarbeiten, aber ja, am meisten fahre ich dann doch für mich alleine, weil ich ehrlicherweise auch dazu sagen muss, dass mir für das richtig Kompetitive auch so der Speed fehlt, also will dann auch nicht mitfahren, um irgendwie 20. dort zu werden, sondern schon irgendwo vorne mit dabei sein und dann habe ich die Setups nicht, weil ich fahre immer Standard-Setup, dann habe ich die Zeit nicht, um mich da rein zu fuchsen und diese, ich sag mal, ganzen kaufbaren Setups, die sind halt auch irgendwie nicht so prickelnd und ja, da fehlt mir dann ehrlich gesagt einfach der Speed und dann wiederum fehlt mir auch die Lust und die Motivation, um da wirklich ja, kompetitiv E-Sport oder Multiplayer-Rennen zu fahren. Was ist denn deine Hausstrecke, wo du sagst so, das ist mein Ding? Ich glaube schon Nordschleife, ehrlich gesagt. Also, hättest du nicht irgendwas anderes sagen können? Nee, es ist wirklich so, also, Nürburgring generell, weil, ja, ich bin da mein erstes Rennen gefahren, war zum ersten Mal auf der Pole, hab da mein erstes Rennen gewonnen, ich hab da auch meine Rennlizenz gemacht und, ja, so dieser erste große Durchbruch war auch da, also, sag mal, rein emotional verbindet mich da schon sehr viel mit. Ich würde auch behaupten, dass ich mit Abstand die meisten Runden auf dem Nürburgring, vor allem auf der Nordschleife gefahren bin, also zumindest die meisten Kilometerrunden bei der Nordschleife eher schwierig, aber es ist meine Lieblingsstrecke und, ja, glaube ich, schon auch die Strecke, wo, ja, ich den Unterschied machen kann, egal ob virtuell oder in echt, aber vor allem auch virtuell sehe ich es dann schon immer wieder, dass mir auf Grand Prix-Strecken schon die Pace fehlt, aber auf der Nordschleife ich dann schon, ja, egal ob Standard-Setup oder egal wie viel Vorbereitung, aber schon deutlich weiter vorne bin, relativ gesehen, als auf Grand Prix-Strecken, da würde ich schon sagen, dass, ja, die Nordschleife oder gepaart mit dem Nürburgring mit der Grand Prix-Strecke schon so, ja, meine Heimstrecke ist, ja. Sagte er und hält den Rundenrekord in Spa. Gut. Alles klar. Ey, ich bin wirklich in Spa im Verhältnis so wenig gefahren, man muss aber wirklich sagen, also ich bin da ein GT4-Rennen gefahren, DTM-Trophy, damals halt mit diesem BMW, mit dem seriennahen BMW im Regen und 24 Stunden Spa war das erstmal für mich im GT3 da, also, das Auto und dieses ganze Wochenende, das lief einfach so brutal gut, ja, das war einfach, war überdurchschnittlich, also das hat nichts damit zu tun, dass mir die Strecke besonders liegt, ich meine, Spa ist auch eine geile Strecke und das macht mir auch Spaß und ich glaube auch, dass ich da auch gut bin, aber Nordschleife ist schon nochmal ein bisschen was anderes und umso mehr Rennstrecken ich auch besuchen darf, egal ob es Malaysia, Sepang ist oder Abu Dhabi oder wo auch immer, die Nordschleife ist einfach so besonders, das ist echt ja, einzigartig. Ja. Kann ich dein Geist einfach, wenn ich das jetzt mal, kann ich dein Geist einfach herausfordern in, in Rejo? Ja. Oder muss ich da mit dir befreundet sein oder sowas? Ne, 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 also du gehst einfach auf die raceroom.com Competitions Seite, müsste das sein und da kannst du auch auf die Bestenliste gehen und da kannst du dann filtern nach Auto und Strecke, also vorausgesetzt, ich hab dann auch da meine Runde gefahren, wenn du jetzt offline fährst oder Multiplayer, dann speichert das dann nicht automatisch die Zeit, aber vorausgesetzt, ich hab da eine Zeit gesetzt, dann kannst du die herausfordern, ja. Gut, das wird eine Mission, meine Damen und Herren, wir fuhren Tim Heinemann raus. Was bist du da gefahren, so Pima Euro? Ich müsste gucken. Okay. Also Simulator ist tatsächlich deutlich schneller als in echt. Ja, ja, also wahrscheinlich unter 8. Ja, VLN-Variante sowieso, aber ich glaub, selbst 24-Stunden-Layouts, Assetto Corsa-Komposition ist so bei 8.05, 8.06, glaub ich, und Waze Room auch, 8.06, 8.07, sowas, also, kann sein, dass ich mich täusche, aber auf jeden Fall unter 8 Minuten 10 und um in echt unter 8 Minuten 10 zu fahren, das wäre bereinigt, wenn man 15 Sekunden abzieht für die VLN-Variante, eine 7.45 auf dem VLN-Layout, also da musst du dich in echt schon richtig lang machen. Also das ist eigentlich unerreichbar. Warum kommst du jetzt mit so einer Zahl, wie lange soll ich denn das wieder machen an einem Tag? Ich hab das mal mit recht. Ich fahr die Zeiten ja selber nicht im Simulator. Jetzt sag ich ja nur die Zeiten, die die Besten fahren. Da fehlt mir aber auch ein bisschen was zu. Könntest du nicht mal irgendwie eine 8.15 machen können oder sowas? Also Assetto Corsa-Kompositione bin ich bei einer 8.12, 8.11, sowas. Also da fehlt mir auch Pace. Das ist so. Also wenn ich das vergleiche mit den ganzen hier Noah Eder und so, die ganzen Quacks, sag ich mal, ja, da bin ich auch weit von weg. Ja, da bin ich auch weit von weg. Aber das ist, das wird auch nix. Aber ich guck mal. Aber wir haben ja schon rausgefunden, das liegt ja auch an deinem Simulator-Setup. Also das ist immer das Equipment-Schuld. Ja, doch, also muss ich auch sagen, eigentlich könntest du den wegschmeißen. Der ist wirklich scheiße. Ist einfach Müll, das Ding. Geht gar nicht. Ja, ich wurde im Vorgespräch schon belehrt, dass das nicht richtig eingestellt ist. Habt ihr nur Tipps gegeben? Ja, also belehrt ist nicht was Negatives. Tipps gegeben, das ist ja auch das Schöne an der ganzen Sache, weil jetzt hat man den Draht zu einem Menschen, der wirklich weiß, wie es ist. Weil sonst muss man, dann guckt man sich immer irgendwelche Videos, du findest darüber ja wirklich fast gar nichts und du musst halt sehr lange suchen und gucken. Ja, das will ja auch keiner preisgeben, das wollte ich ja auch lange nicht. Egal, ob es Fahrzeug-Setups sind oder Feedback-Setups, hab ich immer für mich behalten, das hab ich selbst meinen Teamkollegen nie zur Verfügung gestellt, weil natürlich du als E-Sportler, als Profi schon versuchst, so ein bisschen dir die Vorteile für dich zu behalten und auch wenn's am Ende nur, ich sag mal, Zehntausendstel sind, aber teilweise bei den Wettbewerben kämpfst du ja eben um Tausendstel und ja, da ist es, sag ich mal, schon verständlich, dass da jeder natürlich so ein bisschen das für sich behält, aber sag mal, vor allem die groben Maße, egal ob's die Winkel oder Abstände sind, da sind wir ja noch gar nicht bei den Details oder beim Force-Feedback, ich glaub, die kann man schon ohne Probleme kommunizieren. Wollte ich grad sagen, wie man sitzt, man macht das wirklich so einen großen Unterschied, wie man sitzt in einem Auto? Echt, ja? Ja, ja, ja. Also, du bist natürlich nicht drei Sekunden schneller, aber ich sag mal, die ganze Ergonomie, das ganze Fahrgefühl ist ein anderes, du hast teilweise aus dem Nichts einfach keine Rückenprobleme mehr, weil dein Rücken auf einmal den nötigen Support dann auch hat beim Bremsen, also das ist ja wirklich so der Klassiker bei den ganzen Simwaysern, dass die sagen, ah, der Sitz ist scheiße und ich hab Rückenschmerzen und so und die sitzen im Sitz aber einfach wie so eine, wie so ein Kartoffelsack und klar, wenn du dann natürlich deine Pedale da dran hast und du drückst mit 80, 90 Kilo da aufs Pedal, das macht doch fast gar keiner mehr. Ja, also viele, viele fahren sogar viel, viel mehr Kraft, also viel mehr Kraft, als wie ich auch fahr, wenn du im Sitz dann so hoch rutscht oder wenn du den Support dann nicht hast und so im unteren Rückenbereich oder auch von den Seiten her, dann tut das natürlich weh. Ich meine, du darfst doch nicht vergessen, zum Beispiel, wenn du lenkst, ich sitze zum Beispiel sehr, sehr eng in meinem Sitz drin, der ist wirklich, sag mal, fast wie eine Presswurst, der ist aber immer noch breiter als mein echter Sitz. Ja. Also da wird der wirklich auf dich Maß angefertigt dann, aber hier sitze ich wirklich Spack drin, sag ich mal. Und wenn ich jetzt lenke, dann habe ich ja richtig guten Support, Seiten halt, auch wenn mein Simulator kein Motion Simulator ist und auch wenn ich keine G-Kräfte habe, aber wenn du, ich sag mal, fünf Zentimeter Spiel hast, nach links und rechts, dann bewegst du dich ja immer so ganz leicht mit dem Oberkörper hin und her und das finde ich zum einen super nervig, das ist in echt auch nicht so und das kann doch einfach nicht gut für den Körper sein. Also ich bin da kein Physiotherapeut, aber ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass wenn du scheiße sitzt, dann, ja, ist das Fahrgefühl einfach auch scheiße. Das kann ich nur unterschreiben. Ja, das muss schon passen und ich kriege dann auch zu viel, wenn ich mich irgendwo in den Simulator setze in den Fremden und das Lenkrad ist entweder so oder total weit unten oder ich sitze auf einmal so dann davor, geht gar nicht. Also das muss schon irgendwo in so einem Bereich sein, wo das ergonomisch halbwegs annehmbar ist und jeder Fahrer hat da natürlich andere Vorlieben und jedes Auto ist natürlich auch anders, aber ich finde, dass die Einstellung das A und O ist. Für mich ist die Einstellung der Hardware und auch von der Software auch viel wichtiger als die eigentliche Hardware. Also du kannst die besten Pedale, Triple Active Pedal und Simucube, Ultimate, kannst du alles haben, aber wenn das scheiße eingestellt ist, dann fühlt sich das scheiße an und dann macht das auch keinen Spaß. Da kannst du lieber ein 500 Euro Lenkrad haben, aber das ist geil eingestellt. Das bockt für mich dann mehr. Ich werde meinen Sitz nie umstellen, bis du hier drinnen gesessen hast. Ich möchte einfach deine Live-Reaktion sehen. Boah, das geht ja gar nicht. Ja, machen wir irgendwann. Ob das wirklich so weit davon entfernt ist. Wie gesagt, es kommt natürlich sehr darauf an. Also ich habe ja wirklich den echten Porsche ausgemessen mit meiner Sitzposition. Jetzt gibt es natürlich Fahrer, die sind vielleicht ein bisschen korpulenter, größer, kleiner. Auch unabhängig von der Größe hat natürlich jeder so ein bisschen andere Vorlieben. Der eine hat das Lenkrad lieber ein bisschen näher, der andere weiter weg. Deswegen ist ja auch so viel im echten Auto einstellbar und auch an den Simulatoren, dass jeder da für sich so ein bisschen das Passende finden kann. Aber ich habe das echte Auto ausgemessen mit allen Winkeln, mit allen Abständen, mit allen Höhenunterschieden. Ja, mein Ziel ist für dieses Jahr auch noch einen 3D-Scan irgendwann zu erstellen mit einem Koordinatenmessarm, um wirklich auf den Millimeter genau das alles hinzukriegen. Und ja, dann kann ich dir das schicken. Also ich kann es dir eigentlich jetzt schon schicken, aber ja. Ich stelle hier nichts ein, bis du hier drinnen gesessen hast. Ja, wir machen das. Weil du gerade gesagt hast, dass deine Reaktion manchmal etwas, ja, also ich möchte das sehen, wenn du hier drinnen sitzt, was du dazu sagst. Machen wir irgendwann, verspreche ich dir. Das würde mich mal interessieren, weil ich habe wirklich sehr viel Zeit damit verbracht, weil du schon sagtest, weil du hast ja körperlich auch irgendwann Einschränkungen. Das ist ja auch einfach schwer, wenn du keine Referenz hast. Ich finde es auch schwer im Simulator oder auch auf der echten Strecke zu fahren ohne Referenz. Referenzen sind das A und O. Ja. Und ich sage mal, wenn man jetzt mit SimWising anfängt und man guckt jetzt deine Videos nicht, wo du die Zuschauerwigs zeigst oder so oder ein paar Sachen erklärst, fängt man ja wirklich bei Null an. Ja. Und wenn man so ein absoluter Anfänger ist und diese ganzen Foren und Videos und so alle nicht durchforstet, woher willst du das denn auch wissen? Ja. Du vergleichst das natürlich irgendwo mit deinem Straßenauto, so dann hat aber vielleicht doch nicht jeder einen Porsche GT3 in der Garage stehen oder irgendwas Sportliches, sondern vielleicht auch nur einen Renault Clio oder was auch immer, ohne da jetzt irgendwie negativen Renault Clio gegenüber zu sein. Aber da sitzt du natürlich ganz anders drin als wie in einem Rennauto und vor allem fühlt sich das ganz anders an und ich habe die Diskussion total oft schon geführt, auch bei uns auf der Arbeit, wo mir dann Leute erklären wollen, wie sich ein Simulator anfühlen muss, weil sich ja deren Straßenauto so anfühlt. Wo ich denen dann sage, ey, Schätzchen, aber dein Straßenauto hat absolut gar nichts mit einem Rennauto zu tun, vor allem nicht mit einem GT3-Auto. Es gibt da natürlich auch enorme Unterschiede bei produktionsnahen Rennautos, ist das wieder ein bisschen was anderes und da gibt es Formel, GT und so, aber ich beziehe mich jetzt einfach nur mal auf GT3-Autos. Aber das ist ja meilenweit entfernt von dem, was der Otto Normalo in seinem Straßenauto fühlen kann. und da ist es ja nur logisch, dass es dann den Leuten super schwer fällt, da irgendwo ja einen Simulator dann richtig einzustellen. Und es gibt auch nicht das einzig richtige Maß, das ist immer individuell, aber ich glaube, es wird vielen schon helfen, einfach so ungefähre Richtwerte zu haben. Ja, das hat bei mir auch wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis ich ungefähre Richtwerte gefunden habe und das ist irgendwie immer noch komisch. und der Witz an der ganzen Sache ist und jetzt, wo du das gerade einfach mal gesagt hast, beim Simrel Shop, also einer meiner Partner, der fährt selber auch auf der Nordschleife, also fährt BMW und es saß im richtigen Rennauto drin und ich habe ein einziges Mal in einem Rig drin gesessen bei dem und ich habe einfach so gedacht, what the fuck, wie geil ist das denn? Weil das einfach... Der wird es wahrscheinlich auch ausgemessen und sich so eingestellt haben. Der fährt ja E90 V4, wenn ich das richtig im Kopf habe und da ist es halt auch so, deswegen sage ich, es gibt nicht das eine richtige Maß und ich will da auch niemandem was vorschreiben, jeder soll machen, was er will. Ja. Aber jetzt kann man das zum Beispiel auch gar nicht mit meinem Porsche vergleichen, weil es einfach eine ganz andere Fahrzeugkategorie ist und man kann meinen Porsche jetzt auch nicht vergleichen mit einem AMG GT3 oder mit einem Audi R8 oder Ford Mustang oder was auch immer. Ja. Weil jedes Auto natürlich ein bisschen anders ist und ja, wenn man es streng nimmt, müsste man eigentlich ja jedes Auto einmal ausmessen und ja, dann eben ja, so eine Tabelle ausarbeiten und so Maße halt empfehlen. Also, so wie es bei einer Jeans auch ist, wenn man eine Jeans kauft, steht da ja auch Größe ungefähr von bis. Normalerweise müsste man bei einem Simulator, wenn man den als Komplettsimulator verkauft, dann auch sagen, okay, wenn du Porsche fährst, ungefähr von bis einstellen oder bei einem Audi ungefähr von bis und ja, das macht aktuell aber keiner. Jetzt habe ich wieder eine Idee gehabt. Sollte ich vielleicht nicht zu viel Konkurrenztipps geben, aber ja. Ich habe gerade mir zur Mission genommen, alles zusammenzutragen und dazu irgendwann ein Video zu machen. Tim wird der Erste sein, den ich dafür ausbeute und dann mal gucken, wen man alles noch so findet, mit dem man mal über sowas reden kann. Ich bin ja schon dabei, also das hat ja auch einen Grund, sage ich mal. ich verkaufe ja auch Simulatoren, jetzt nicht super offiziell, aber ich sage mal, für Leute, die da Interesse dran haben, ich sage mal so, als Manufaktur schraube ich die dann zusammen und empfehle da Leuten auch was und da möchte ich Leuten oder Rennfahrerkollegen dann noch halt was Gescheites anbieten können und dann will ich halt doch in Zukunft hingehen und dann abfragen, okay, welches Auto fährst du? Da komme ich vorbei, dann messe ich das mal aus oder ich halte vielleicht einen 3D-Scanner rein, scanne das einmal und kann dir den Simulator dann genauso einstellen, wie du das halt auch kennst von deinem echten Rennauto. Das ist natürlich ein super Aufwand, das kann man nicht kalkulieren, das kann eine große Firma auch nicht machen, aber ich sage mal, in so einem Manufakturbereich geht das natürlich schon und das ist so ein bisschen ja meine Vision, dass da ja eben jeder so das kriegen soll, was er will und was er sich vorstellt, weil wie gesagt, ich finde es absolut ungeil, wenn man so den krassesten Simulator da stehen hat und dann sehe ich von außen schon, wenn der Sitz so kerzengerade steht, dann denke ich mir schon so, Alter, das kann sich ja gar nicht geil fahren. Ich fühle mich angesprochen. Wie gesagt, jeder soll machen, was er will, jeder hat andere Vorlieben, jedes Auto ist anders, aber ich finde es absolut ungeil. Ich habe das, also ich denke mal, ich weiß nicht, ob du mich jetzt damit meinst, aber mein Sitz ist wirklich kerzengerade. Bei dir ist es ja nur das Lenkrad. Nee, bei mir ist wirklich, mein Sitz ist kerzengerade. Ich habe keinen Winkel drin, weil ich, Gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich bin, also, wirklich, beide Löcher sind auf einer Höhe. Das ist nicht so. Bei mir war das so, ich bin früher so. An Löchern darfst du ja nicht messen, das ist ja auch das Problem. Wenn ich dir jetzt mein Maß sage von meinem Sitz, habe ich hier diesen Sabelsitz ja netterweise zur Verfügung gestellt bekommen und der ist von der Form auch ja fast so wie der echte Porsche GT3-Sitz. Ist aber natürlich vielleicht ganz anders als dein Sitz. Wenn ich dir jetzt sage, okay, du musst den so und so einstellen, mess mal den und den Winkel, vielleicht geht das mit deinem Sitz gar nicht, weil du vielleicht die falsche Sitzkonsole hast oder weil du vielleicht ja generell eine ganz andere Sitzergonomie hast. Ja. Da muss man dann halt auch immer individuell gucken. Also, wie gesagt, es gibt nicht das eine richtige goldene Maß. Ich werde sowieso irgendwann den Sitz nochmal austauschen. Also nicht, weil er kacke ist, sondern weil der jetzt vier Jahre, der ist durchgesessen. Da ist, glaube ich, Zeit für was. Ich kann dir den Sablesitz ja echt empfehlen. Also, ich glaube, ist jetzt nicht der günstigste Sitz fürs Simracing, weil mit den Polstern kostet der irgendwie 890 Euro. Der kostet auch nicht weniger. Aber der Sitz ist so geil. Also zum einen von der Form sieht der geil aus und der ist so stabil. Also, hier biegt sich nichts durch oder beim Bremsen oder sonst irgendwas. Der ist einfach klein hart, knüppelhart und den Rest machst du halt alles mit den Polstern. Und das finde ich halt auch geil, dass du hier wirklich verschiedene Polster dir zusammenstellen kannst und dann da halt auch wieder individualisieren kannst. Also, du kannst dir sozusagen unten die engen Polster holen, oben vielleicht ein bisschen breitere Polster und kannst es dann so halt auf dich halt zuschneiden. Und das ist halt, ja, finde ich, eine richtig gute Lösung. Am Sitz sollte man nie sparen. Also, das ist, ja, das ist so, du sitzt am Ende ja mehrere Stunden drin und ich meine, am Ende geht es auch so ein bisschen um Ergonomie, um Rücken und man will das ja auch hoffentlich noch eine lange Zeit machen. Und ich sage mal, lieber 200 Euro mehr für den Sitz investieren als, ja, irgendwie Pedale oder Lenkrad oder was auch immer. Ja, Sitz ist immer so ein Kostenpunkt, da möchten Leute nicht ganz so viel Geld ausgeben. Ja, schon, die wollen alle so, ich sag mal, die krasse Wheelbase haben mit dick Newtonmeter, richtig Power, dann noch geile Pedale, aber Sitz, ach, scheißegal, Hauptsache, Hauptsache ich sitze irgendwie, aber ich finde, da kommt so viel Gefühl drüber und auch so eine Wertigkeit und so und das fühlt sich einfach viel besser an. Ja, das, das stimmt. Also, ich habe es auch nicht bereut, dass ich mir den gekauft habe, wobei ich auf das FIA-Zertifizierte hätte verzichten können. Das hat natürlich... Das braucht kein Mensch, ja. Aber das ist ja der Witz, jetzt gibt es die ganzen Simracing-Sitze und die kosten dasselbe wie die echten Sitze. Also, ich glaube, minimal sind die teilweise günstiger, aber wenn ich so durch Squall online und einfach nur so, ich sag mal, überfliege die Preise, dann denke ich mir so, hä, aber gefühlt kostet der ja dasselbe, warum soll ich dann jetzt einen Simracing-Sitz holen, dann hole ich mir lieber, ich sag mal, für 30 Euro, wahrscheinlich ist es mehr, aber ich sag mal, für 30 Euro den echten Sitz und kann dann noch ein bisschen sagen, ja, ich habe aber einen echten Sitz und der Aufkleber ist da und wie gesagt, das ist ja auch so ein bisschen ein Wertigkeitsgefühl und tatsächlich finde ich, jetzt bei dem Sabelt-Sitz, den gibt es als Simracing-Sitz auch nicht, dieses Modell, sieht da einfach ja deutlich besser, deutlich schnittiger aus als der Simracing-Sitz von Sabelt. Der sieht schon bullig aus, der sitzt ja, also gerade mit den ganzen Polstern oben am Kopf, die brauchst du ja für Simracing nicht, aber sieht schon gut aus. ich lehne mich schon immer hier dran, so bei den G-Kräften. Ich wollte gerade sagen, da hätte ja sein können, dass du das machst, um das zu simulieren oder so. Tatsächlich wollte ich unbedingt einen mit Ohren, weil erstmal sieht es geiler aus und tatsächlich ist es so ein visuelles Ding, wenn du jetzt fährst und so ein bisschen in die Kurve reinguckst, hast du im echten Auto ja auch immer hier, was in deinem Sichtfeld drin und das wollte ich am Simulator halt auch haben und jetzt mit dem Triple Screen, wo man ja dann doch immer so ein bisschen in die Kurven reinguckt, finde ich, gehört das schon mit dazu. Wenn hier nichts ist, dann fehlt irgendwie was vom Gefühl. Okay, aber wo du eben gerade das angesprochen hast, fahren viele Kollegen, also deine Kollegen auf der Rennstrecke, fahren die selber Simulator oder ist das so eher gar nicht? Teils, teils. Also es gibt so die, ich sag mal, alten Hasen, die gar nichts davon halten, sich auch nicht so richtig rantrauen oder vielleicht auch bisher falsch beraten wurden und es geht ja immer so ein bisschen um den ersten Eindruck und wenn, sag ich mal, einer, der eh schon skeptisch dem gegenüber ist und sagt, ich brauch keinen Simulator fahren, ich kenn die Strecken, ja, wobei es ja um viel mehr geht als Streckenkenntnis und der erste Eindruck nicht gut ist, dann ist es natürlich sehr schwer, die Leute dann vom Gegenteil zu überzeugen. Ich sag mal, die ganzen jüngeren Rennfahrer, egal ob es ein Laurin Heinrich, Ayan Jan Güven oder so ist, die auch alle, sag ich mal so, meine Generation sind, die fahren alle Simuracing und die wissen ja auch alle die Vorteile zu schätzen und wie gesagt, ich glaub, da geht's um viel, viel mehr als Streckenkenntnis. Das stellt man immer so an erste Stelle, aber ich kenn alle Strecken und trotzdem verbessere ich mich noch mit dem Simulator, weil es ja auch um Rennintelligenz geht, es geht vielleicht darum, okay, wie kann ich noch schneller in die Box reinfahren oder wo ist vielleicht eine Öffnung in der Leitplanke drin, wo, wenn ich einen Unfall hab, wo ich dann abgesteppt werden kann oder so, die banalsten Kleinigkeiten, die aber dann am Ende halt den Unterschied machen, die dir halt vielleicht auf der echten Strecke, selbst wenn's nur zwanzigtausendstel sind, aber da eine Zeitersparnis geben und das ist es für mich einfach schon, ja, die Sache wert und dazu macht's halt auch einfach unheimlich viel Spaß. Äh, Jan Güven, wo du das gerade sagst, letztens in einem Highlight von iRacing drin gewesen, ich weiß gar nicht, was da passiert ist, ich glaub, er hat irgendwen weggegeht und dann kommt nur so, oh, ups, und dann musste er so komisch grinsen, hab ich, ich hab das richtig gefeiert, weil... So ein Max Verstappen-Moment, oder? Ne, Max Verstappen-Moment in Spar, das war ja schon, das war ja nicht ein Upsi, das war ja schon, okay, ich geh dich jetzt ermorden, so. Ah, so ein kleines Upsi hatte, glaub ich, jeder schon mal. Hattest du auch schon so ein Upsi? Ach du, pff, weiß ich nicht, kann ich mich nicht dran erinnern. Oh, also schon, ja? Also im Sim oder, na gut, im realen Leben machst du, hast du kein Upsi? Nein, im realen, äh, aus gutem Grund geht das überhaupt nicht und auch am Simulator geht das eigentlich überhaupt nicht auf professionellem E-Sport-Niveau. Aber ich sag mal, bei so einem normalen Multiplayer-Rennen, wo es um nix geht und ich sag mal auf gut Deutsch, der geht da einer auf den Sack, ich glaub, das hat jeder schon mal gehabt, egal ob echter Rennfahrer oder Sim-Racer oder wer auch immer, wo du dir so denkst, ey, boah, jetzt, und dann, dann platzt dir der Kragen und dann, entweder du schießt den komplett ab oder bremst halt einen halben Meter zu spät oder was auch immer. Ich glaub, das hat jeder schon mal gehabt und das gehört ja auch irgendwie so ein bisschen dazu, also so professionell, wie das alles mittlerweile ist und, ja, am Ende ist es aber dann eben doch ein Spiel, sag ich mal, ganz negativ und das soll Spaß machen und wie gesagt, wenn das, äh, ja jetzt nicht im professionellen Rahmen ist, wo es Regelwerke gibt und Preisgelder und Verträge und alles, ich glaub, ja, da kann man sich so einen Spaß schon mal erlauben. Ja, also ich hab 38 Tage Pause gekriegt in ACC. Ja. Gut. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich hatte, das war mein einziges Upsi, was ich wirklich hatte und ich hab's sogar angekündigt. Also live hab ich angekündigt. Mit Vorsatz sogar. Mit Vorsatz. Geht gar nicht. Nee. Nee, es muss das schon ein Upsi dann sein. Mit Vorsatz geht gar nicht. Das war, das war schon so ein Upsi, nö, jetzt reicht's mir. Das war, ich kann zwar immer noch bis heute abstreiten, dass es nicht so ist, also auch mit Argumentation und so, aber das war kein schöner Moment. Nee, war auch das letzte Mal und einzige Mal, dass das, hm, hab ich den schönen Suzuka entsorgt. Aber mit Krawall. Aber hat er bei mir auch versucht zweimal vorher. Rechtfertigt das nicht so, aber, ne. Wie gesagt, wir wollen ja hier mit einem guten Beispiel vorangehen und das gehört sich natürlich alles gar nicht und so, aber. Ach so, und der Freunden, wenn man mal, also gerade auch so im Community-Rennen mal ein bisschen schieben und rangeln. Ja, das ist ja das, was ich meine. Also hier im Kontext und nicht, dass hier jetzt irgendwas wild zusammengeschnitten wird und irgendwann gegen mich verwendet wird. Ich rede natürlich von privaten Sessions, wo man mit Kumpels fährt und im privaten Rahmen, also in offiziellen Veranstaltungen natürlich absolut gar nicht. Also da, da distanzier ich mich von und ne, also geht es gar nicht. Also wir reden hier natürlich über privaten Rahmen. Also jetzt wirklich ernst gemeint auch, also ich sag mal, bei offiziellen Events und so, das geht natürlich nicht. Also aus gutem Grund gibt es ja auch so Regelwerke und so und gibt es ja auch Strafen. Ja. Wie ist denn das jetzt so letzte Season gewesen von der Rangelei her in der DTM? In der DTM geht es ja schon mal doch gut zur Sache. Ja, doch. Also steht dem Simwacing in nichts nahe, würde ich sagen. Außer, dass in echt halt das Rennen dann doch schneller teilweise beendet ist als im Simwacing und die Sachen dann natürlich sehr viel teurer sind. Ja. Aber ja, also DTM ist schon brutal. Also ich sag mal, jetzt 24 Stunden Nürburgring und diese ganzen Langstreckenrennen, da hast du das gar nicht so. Da hast du vielleicht auch mal einen kleinen Kontakt. Aber ich sag mal, eher unabsichtlich. Aber DTM musst du halt schon reinhalten. Also das Problem ist halt, vor allem wenn du in diesen Pulg fährst, wenn du nicht reinhältst, hält ein anderer rein und dann verlierst du einen Platz oder ja, du bist halt der Gearschte. Und vor allem in diesen Sprintrennen, wo es ja wirklich um die letzte Zehntel geht, ja da musst du halt volles Risiko gehen. Auch da kann man sich jetzt natürlich nicht irgendwelche komplett ja dummen Sachen erlauben und da irgendwie nur Kleinholz produzieren. Aber vor allem bei den Starts und so weiter musst du dich da schon durchsetzen. Und ich sag mal, das gehört natürlich auch so ein bisschen mit dazu, vor allem zur DTM. Das wollen die Fans auch sehen und das macht es ja auch so ein bisschen spannend. Das macht die DTM auch aus. Wenn man halt der Leidtragende ist, dann ist das natürlich nicht ganz so schön. Das war ich letzte Saison leider ja des Öfteren, wo ich ein paar Mal das Auto abstellen musste, weil wir irgendwie alle auf den Diffusor hinten drauf gefahren sind und der sich dann gelöst hat und dann ja, mussten wir das Auto mal abstellen. Ich glaube, Calvin kann ein Lied singen von der letzten Season. Ja, leider habe ich ihn da auch einmal entsorgt im Red Bull Ring in Koma 1. Jupp. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, auf der einen Seite gehört es ein bisschen mit dazu. Ich glaube, die wenigsten, es gibt bestimmt Ausnahmen, die das absichtlich machen, aber die wenigsten sagen auch, ey, jetzt halte ich da voll rein und schieß den ab. Das sind halt einfach so Situationen, wo halt keiner nachgehen will, wo keiner zurückziehen will und dann, ja, ich sage mal, man kennt es so ein bisschen vom Fußball, wo ja keiner den Kürzeren ziehen will und dann gibt es halt so ein bisschen einen Bodycheck und das war es dann halt. Also gehört mir dazu und ich glaube, wenn es in diesem Bodycheck-Rahmen bleibt, dann ist auch alles fein und ich glaube, in der DTM der Rennleiter, der Sven Stoppe, den kenne ich jetzt auch seit mehreren Jahren, der Handtab das, glaube ich, sehr, sehr gut. Der lässt fahren, solange alles fair ist, sobald das ein gegenseitiges Kämpfen ist und gegenseitiges sich Raumlassen ist und wenn das halt wirklich ja eher zu einer Rangelei wird, dann gibt es halt eine Strafe und ich glaube, das wissen die Fahrer in der DTM einzuschätzen und halt auch wertzuschätzen und ja, ich glaube, die Rennaction, vor allem, wenn man das so ein bisschen mit der Formel 1 vergleicht, gibt dem auch so ein bisschen recht. Ja, DTM ist wirklich sehr schön wieder anzuschauen, die letzten Seasons. Also haben sie gut hingekriegt, definitiv. Ja, und halt auch alles ohne Push-to-Pass oder DHS oder sonst irgendwas, also wirklich rein über ja, Pace und das finde ich halt schon cool und ich glaube, das wissen die Fans halt auch zu schätzen. Definitiv, vor allen Dingen, also ich muss ganz ehrlich sagen, gerade preislich gesehen, wenn du jetzt ein normales Ticket geholtst, bist du unter 40 Euro von Rennwochen, also für einen Tag und du hast ja noch super viel Rahmenprogramm und du kannst ja auch die ganzen Rahmenrennserien im Fahrerlager, was da aufgebaut ist, auch von Wastewoom, die Simulatoren, die man da ja kostenfrei fahren kann, also ich sag mal, man kriegt da schon relativ viel geboten, wo auch jetzt nicht nur der Papa, sag ich mal, auf der Tribüne sitzen kann oder in der Boxengasse rumtouren kann, sondern vielleicht auch die Mutti und der Sohnemann irgendwo im Fahrerlager rumtouren können und ich kann mich daran erinnern, letztes Jahr gab es das, größte mobile Bällebad Europas im Fahrerlager bei der DTM und das hört sich erstmal witzig an und ich hab da auch ein bisschen drüber gelacht, aber ich mein, das gehört natürlich auch mit dazu, ich mein, je nachdem in welchem Alter oder welche Interessen Kinder haben, die interessiert vielleicht gar nicht so, was da für ein Auto gerade um die Kurve fährt, die haben halt mehr Spaß dran, da irgendwie im Bällebad zu spielen oder keine Ahnung, Hau den Lukas zu spielen oder was auch immer und wie gesagt, ich glaub, das ist das, was die DTM so ein bisschen ausmacht. Definitiv. Was aber auch richtig geil ist und das möchte ich hervorheben und loben, du kriegst bei der DTM gratis Wasser. Von BWT, ja. Von BWT. Und da gehen schöne Grüße an BWT raus, find ich weltklasse. Das find ich so geil, dass du ganz viele Wasserspender hast, wo du rund, also wirklich die ganze Zeit dir Wasser holen kannst for free, das ist richtig mega. Das muss man einfach auch mal sagen, weil ich mein, Wasser ist ein Grundbedürfnis und das kannst du dir einfach holen, weil ein Wasser am Stand kostet halt drei Euro. Ja, jetzt auch nicht nur vom Finanziellen, also deren Ziel ist ja, dass das Fahrerlager flaschenfrei oder plastikflaschenfrei ist und an die Rennteams wurde auch an jedes Team so ein Spender letztes Jahr verteilt. Ich weiß nicht, ob du das dieses Jahr immer noch haben, ich denke aber schon. Jeder Fahrer hat so eine Flasche bekommen, so eine Metallflasche von BWT. Grüße gehen übrigens raus, so ein kleines Sponsoring wäre auch geil, aber von BWT? Guckt hier jemand von BWT zu? Ich hoffe. Das lässt mich wundern. Aber ich mein, das hat ja auch einen Hintergedanken, wie gesagt, die wollen halt eben den Plastikmüll reduzieren, die, spenden ja auch für jede gefahrene Rennrunde Geld. Ich glaube, die bauen Brunnen dann in Afrika, wenn mich nicht alles täuscht. Neige mich jetzt aber nicht drauf fest. Und jetzt auch am Lausitzring hatten die auch so eine Aktion, wo die Fahrer dann gejoggt sind und wo BWT auch was gespendet hat. Also tatsächlich eine coole Sache und da können sich andere auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. Das finde ich auch cool. Aber dieses Jahr gab es gar keinen BWT Mercedes in der DTM. Ja, den vermisse ich auch ein bisschen. In der GT4 haben sie, glaube ich, zwei. Ein oder zwei Autos und LMP3, aber... Ja, genau. LMP3 ist noch einer gefahren, aber DTM ist keiner gefahren. Ja, wie gesagt, Grüße gehen raus. Also so ein pinker Porsche hätte doch auch was. Ist ja eigentlich schon fast pink zum Teil zumindest. Naja... Aber ich denke nicht, dass du BWT... Meinst du, BWT würde die Livery abändern? Ich glaube, BWT fährt doch schon seit Jahren in dem Rosé. Ist ja Schweinchen Rosé. Rosa, ne? Ja, das meine ich doch. Pink, Rosa... Ist rosa, ja. Ja, was auch immer. Aber meinst du, die würden das abändern für dich, Tim? Nein, natürlich nicht. Ich würde mein Design abändern. Aha. Ja, aber dann ist es ja nicht mehr von Sim to DTM. Ja, es ist aktuell ja eh nicht. Ah, stimmt. Sehr gut. Also diese Folge auf jeden Fall nicht. Ich meine, angenommen, das geht irgendwann weiter, dann muss man natürlich auch überlegen, macht man exakt dasselbe Design, ändert man das Design ab, macht man was komplett Neues, geht es überhaupt irgendwann weiter, bleibt es bei der einen Saison Fragen über Fragen. Also ich glaube, wenn es eine Regel gibt, egal ob im Motorsport oder im Leben, dann ist es, sag niemals nie. Was würdest du jetzt machen, wenn ein anderer Hersteller kommen würde? Würdest du aus dem Porsche rausgehen? Ich habe keinerlei vertragliche Bindung, also ich bin tatsächlich Freelancer, kann man sagen. Ich hatte letztes Jahr auch keinen Vertrag oder keine Exklusivbindung an Porsche, deswegen bin ich da komplett frei. Also mir ist der Hersteller ehrlich gesagt auch zweitrangig, zumindest aktuell. Mir geht es halt darum, so viele große Rennen wie möglich irgendwo zu bestreiten und egal welcher Hersteller ich sage mal übertrieben gesagt auf mich zukommt und sagt, hey Tim, du kannst DTM fahren, Le Mans und Spa und Bathurst und Macau und alles, was dazu gehört. Da sagst du natürlich nicht nein, vor allem wenn du ja so wie ich aktuell keinerlei Verpflichtung hast. Würdest du aus dem GT3 rausgehen? Sag niemals nie. Okay. Also wenn jetzt LMDH anstehen würde für Le Mans? Ja, ich muss dazu sagen, also es gibt Fahrer, gerade im GT3-Segment, die wollen unbedingt in den LMDH und für die ist GT3 nur noch so ein Nebenkriegsschauplatz. Für mich ist GT3 aktuell schon die Priorität. Ja. Weil ich sag mal mit diesem GT4-Business, da habe ich zwei Meisterschaften gewonnen in vier Saisons auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ich würde behaupten, dass ich dieses GT4-Spiel schon, wenn ich sagen, durchgespielt habe, aber ich sag mal, dieses Kapitel habe ich abgeschlossen für mich, weil ich einfach Erfolg hatte und es war eine gute Zeit und alles super. Und dieses Gefühl habe ich im GT3 noch nicht. Ich glaube, da fehlt mir noch einiges, da fehlt mir zum einen noch Erfahrung, da fehlen mir noch ein paar Rennen für und auch noch ein paar Erfolge. Trotzdem, sag niemals nie. Also es gab schon mal die Überlegung, in LMP3 zu gehen und über LMP3 dann in LMP2, wo das gerade anfing mit LMDH. Da ist zum Glück, sage ich mal, nichts rausgeworden, weil sonst wäre ich nicht DTM gefahren. Und auch letztes Jahr hatte ich ja nicht ohne Grund einen Test bei Toyota im Hypercar-Simulator. Aber, ja, wie gesagt, aktuell sehe ich mich schon irgendwo eher im GT3. aber, ja, natürlich verschließe ich mich da nicht. Also LMDH oder Hypercar ist natürlich aktuell so die Königsklasse, die man erreichen kann und da will ich natürlich auch hin oder will ich irgendwann mich halt hinarbeiten. Aber ich glaube, das wäre aktuell ja ein bisschen zu früh. Hey, du hast ja noch ein paar Jahre Zeit. Eben. Das ist ja, bist du ja 26, hast du ja noch 15 Jahre, kannst du ja noch fahren. Ja, man kriegt die Zeit aber auch nicht gut geschrieben. Also die Zeit läuft natürlich unerbittlich immer weiter ab und klar, ich meine, muss mir jetzt keinen Stress machen, habe schon noch ein paar Jährchen vor mir, aber, ja, als Rennfahrer oder als Sportler kann es natürlich auch nie schnell genug gehen. Also, wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich nach der ersten Meisterschaft in der DTM-Torfi direkt in die DTM, das wäre dann 2022 gewesen, hat sich leider nicht ergeben, dann wieder DTM-Torfi, dann wieder DTM-Torfi und dann erst DTM und ich meine, auch dieses Jahr oder für dieses Jahr hätte es für mich nicht schnell genug gehen können mit einem Werksvertrag und LMDH und was alles dazugehört, aber, ja, zum einen, glaube ich, kann und will ich mich nicht beschweren für die Position, in der ich aktuell bin und zum anderen, ja, glaube ich, habe ich noch sehr, sehr viele Rennen und sehr, sehr viele Jahre vor mir, wo ich mich beweisen kann und wo ich mich dahinarbeiten kann und ich glaube, wer so, ja, meine Geschichte oder meinen Werdegang verfolgt hat, weiß auch, dass ich da, ja, mir gewisse Ziele auch erarbeitet habe bisher und auch nach wie vor erarbeiten werde. Hast du eine Checkliste für dich irgendwann mal gemacht, was du unbedingt noch machen möchtest? Nee? Nee, fände ich falsch, weil, also, jein, jein, natürlich, vor allem als Deutscher war DTM so ein ganz großer Punkt auf der Checklist, weil auch dieses ganze Thema mit dieser AMG E-Racing Competition und so, das war ja alles im Rahmen der DTM. Ich war ja auch DTM Virtual Champion mal gewesen und das war alles so im Rahmenprogramm der DTM und ich wollte natürlich, dass das so weitergeht und danach kommt natürlich irgendwann DTM Champion zu werden und das habe ich noch nicht abgehakt und natürlich auch diese ganzen 24-Stunden-Rennen zu gewinnen, Nürburgring, Bade, da habe ich zumindest schon mal einen Klassensieg, Nürburgring habe ich nur einen zweiten Platz in der Klasse, aber ich will natürlich die Rennen alle in der Gesamtwertung gewinnen, Macau, Bathurst, Daytona, ich sage mal, so diese ganzen klassischen Rennfahrerträume, aber ich habe jetzt nicht so eine klassische Checklist und ich sage mal, nach fünf oder zehn Jahren, als Beispiel bin ich dann jetzt irgendwann, keine Autorennen mehr fahre, wo ich dann auf so eine Liste schaue und sage, boah, ja scheiße, habe ja meine ganzen Ziele nicht erreicht, also so habe ich das irgendwie nicht, ich bin da, ich sage mal, eher locker von der Herangehensweise und ein bisschen spontan, individuell, ich habe diese Ziele alle, aber das sind jetzt keine festen Ziele, die ich mir seit zehn Jahren gesetzt habe oder wo ich seit zehn Jahren gesagt habe, ich will unbedingt dann und dann das und das erreichen, ich sage mal, man muss das alles ja immer so ein bisschen nehmen, wie es kommt und ich glaube, jetzt auch in diesem Jahr, wo ich keine DTM fahre oder wo ich jetzt nicht so viele Rennen fahre wie letztes Jahr, wäre es ja auch ein bisschen unrealistisch, sich jetzt für dieses Jahr das Ziel zu setzen, DTM Champion zu werden. Jetzt sind für dieses Jahr meine Ziele jetzt so ein bisschen verschoben und eher Priorität aus 24 Stunden in einem Nürburgring und das ist jetzt natürlich ja das große Ziel, das dieses Jahr zu gewinnen. Fährst du selber, also privat, auch noch sehr viel Auto oder ist das weniger geworden? Also ich habe jetzt letztens die Abrechnung gemacht für meinen Steuerberater und da waren es ziemlich genau 23.000 Kilometer letztes Jahr. Das ist aber so ein bisschen ein Mix aus hin und her pendeln wegen der Arbeit zwischen meiner Heimat und KW. Das sind 300 irgendwas Kilometer pro Fahrt und halt diese ganzen Fahrten zur Rennstrecke und zurück. Tatsächlich fahre ich nicht viel Auto. Also man erschreckt sich tatsächlich auch alle immer so ein bisschen aus meinem Umfeld erschrecken sich, wenn ich sage, ich fahre eigentlich nicht gerne Auto und ich fahre auch nicht schnell Auto. Also ich würde mich schon als tügigen Autofahrer beschreiben, wahrscheinlich auch überdurchschnittlich, aber ich bin kein Raser oder also du wirst mich selten erleben mit 200 auf der Autobahn. Ich bin eher so der Cruiser. Also wie gesagt, schon erzüglich will dann schon auch irgendwann mal ankommen, aber eher so gemütlich und für mich ist Autofahren, Straßenautofahren, weil ich dieses unfassbare Privileg habe, Rennautofahren zu dürfen, halt eben nicht mehr irgendwie dieses Heizen oder Sportlichsein oder so. Für mich ist das von A nach B kommen und das kann für mich eigentlich nicht komfortabel genug sein. Also ich wäre, wenn ich es mir aussuchen könnte, der typische S-Klasse-Fahrer. Aber 23.000 Kilometer ist ja fast nichts. Ja, also ist schon überdurchschnittlich. Ist es? Aber echt? Ja, ich glaube Durchschnitt sind so 10.000, 15.000 Kilometer, oder? Aber ich sage mal, mein Kumpel, der arbeitet auch bei einem namhaften Reifenhersteller und der fährt, glaube ich, im Jahr 40.000 oder 50.000 Kilometer. Also es gibt schon deutlich, deutlich mehr. Wie gesagt, für mich ist gefühlt fast jeder Kilometer zu viel, aber ich versuche es halt auch so ein bisschen auf ein Minimum zu beschränken. Also ich mache jetzt nicht irgendwie, wie gesagt, ich habe ja dieses Privileg, viel rumzukommen, viel zu reisen und viel unterschiedliche Orte zu sehen und ich habe jetzt nicht das Bedürfnis zu sagen, okay, ich fahre jetzt mal ein Wochenende nach Düsseldorf oder so. Also klar, das mache ich ab und zu dann schon auch mit meiner Freundin mal, aber wenn ich frei habe, sage ich mal, dann bin ich halt zu Hause. Das ist ja auch in Ordnung. Ich meine, du brauchst ja auch einen Ausgleich. Wie du jetzt Rennfahrer sein und Arbeiten ging gleichzeitig, das wird schon schlauchen, nehme ich an. Naja, und ich sage mal, wo ich meinen Führerschein hatte als Fahranfänger, wo ich so 18, 19 war, da bin ich gefühlt jedes Wochenende zur Nordschleife hochgefahren, einfach um zu gucken, um da zu sein, um Tourifahrten und so zu gucken und da hatte ich halt eben diesen Motorsport noch nicht. Deswegen war das für mich so Hobby und mein Traum sozusagen so ein bisschen ausleben. Da ich das aber jetzt habe, weil ich die echten Rennen halt fahren darf, habe ich dieses Bedürfnis nicht mehr und brauche halt dann, wie du sagst, eher so diesen Ausgleich, eher diese Ruhe, um da so ein bisschen runterzukommen. Ich habe das gerade, dass ich super gerne an der Rennstrecke bin. Das ist furchtbar, zum Fotografieren, weil das so inneren Frieden und Ruhe gibt. Ich habe das null, gar nicht. Also ich gucke unfassbar gerne Autorennen, jetzt auch gestern Indie 500, mega geil und das ist zum Beispiel so ein Rennen, da würde ich auch gerne mal live vor Ort hin. Oh ja. Aber zum Beispiel ein DTM-Rennen oder jetzt auch 24 Stunden Überringen oder Spa, gucke ich mir viel lieber im Stream an, weil mir vor Ort einfach die Infos fehlen. Danke. Ich stehe dann da vor Ort und sehe die Autos vorbeifahren und dann denke ich mir so, hä, aber wer ist denn jetzt auf welcher Strategie und wer hat wen überholt und du kriegst vor Ort weniger mit. Es ist viel emotionaler und du riechst das, du hörst das und so und das ist auch geil vor Ort, aber ich sag mal, ich war ja jetzt schon relativ oft vor Ort und für mich finde ich es, ja, ist tatsächlich das, ja, geiler, wenn man da nach meinem Bett liegt, mit dem Handy, Livestream, ein bisschen Lifetiming, ein bisschen Chat gucken. Ich tatsächlich chatte nie bei irgendwelchen Livestreams. Ich lese mir das immer nur gerne durch und, ja, das ist einfach super, super witzig. Ich habe witzigerweise mein allererstes Mal an der Rennstrecke war Le Mans 100 mit absolut Premium-Einladung. Da bist du natürlich auch hoch eingestiegen. Also, normale Menschen, nur um dir so ein Verhältnis zu geben, fangen so an bei RCN, VLN, irgendwas Nationales. Ja. Und dann war ich am Lausitzring, vier Wochen später. Lausitzring ist jetzt halt vielleicht auch nicht das Aushängeschild des DTM-Rennkalenders. Ist aber cool, also ist trotzdem cool. So, aber jetzt stell dir vor, du bist da mit, also wirklich VIP-Lounge, drei, also rund um die US-Einladung. Ja, aber das ist wie, du bist beim Champions-League-Finale im Bernabeu und danach beim Kreisliga-Fußball bei dir im Dorfklub. Ja, genau. Also, super negativ formuliert jetzt, aber ungefähr so ist ja dieses Verhältnis. Das war für mich so, äh, puh, hm. So, und dann noch mal Bahrein auch noch mal hinterher. Genau, dasselbe Programm. Ja, ja. Also, acht Stunden auch VIP, alles Mögliche. Warum hast du nicht direkt bei der Formel 1 in Monaco angefangen? Das war, das, das hab ich mir nicht ausgesucht, Tim. Das, das hab ich mir wirklich nicht ausgesucht. Ich war, ich war nur mit dabei quasi und jetzt hat das mal so, es hat jetzt ein halbes Jahr, hat das gereift, ja. Jetzt war ich, äh, wir waren ja jetzt am, am Lausitzring, äh, dieses Wochenende und so wie du das gerade gesagt hast, ich bin eine halbe Stunde vor Rennstart nach Hause, einfach, weil ich mir gesagt hab, das ist traurig und ich, ich sag mal, ich will da den Kollegen beim ADAC und bei all den, die das übertragen und so, nix Böses, aber, irgendwie da, ich weiß nicht, vor Ort, da fehlt mir einfach was. Es fehlen Infos, das ist das, was fehlt. Das sag ich auch meinen Eltern immer, wenn die da gucken kommen wollen oder irgendwelche Bekannten oder so, ich sag denen total oft, hey, boah, da ist heiß und laut und so, bleibt einfach zu Hause, ich weiß, dass ihr mich unterstützen wollt und so, aber guckt euch das doch einfach zu Hause an und das fuckt mich selber so ein bisschen ab, dass man das so sagen muss im deutschen Motorsport, aber irgendwie, und als Beispiel, ich war mit meiner Freundin dann bei einem Eishockey-Spiel gewesen, bei den Kölner Haien, gut, Kölner Haie ist jetzt auch direkt ganz hoch eingestiegen im Eishockey, aber du sitzt da vor Ort, wir haben da vor Ort gesessen und absolut kein Plan von Eishockey. Ich hab mich damit noch nie befasst, ich kenn mich da null aus, ich kenn Kölner Haie und das war's. Und du sitzt da aber auf der Tribüne und du wirst irgendwie mitgerissen. Also, das ist nicht langweilig, das catcht dich, obwohl du null Plan hast von diesem Sport und du verstehst gar nicht, während da jetzt wie hin und her und der eine geht rein, der andere raus und der eine kriegt eine Strafe und kein Plan. Aber irgendwie war das geiles Entertainment und das vermisse ich so ein bisschen im Motorsport. Und das ist das, was, finde ich, die Amis halt sehr gut hinkriegen im Nesca und IndyCar, wo ich so sage, das sind so ein bisschen die Paradebeispiele. Da geht richtig die Post ab. Irgendwie fehlt da was. Weißt du, was die DTM braucht? Die DTM braucht eine App fürs Handy, wo alles drinne steht, was du im Fernsehen sehen würdest und du kriegst den Stadionsprecher auf die Ohren. Weil du, du kannst auch den... Das ist dann schon wieder so teuer, ne? Was, die Entwicklung dafür? Ach, du meinst mit Kopfhörern? Ja, dass du, ja, dass du dir vielleicht, also, dass die DTM das baut und dir sagt, ey, für dich als Info... Theoretisch könntest du ja den Stream anmachen, wenn du YouTube Premium hast, dann kannst du ja die App schließen und so und dann hast du ja auch den Stadionsprecher und dann bist du auf der Zeit verzögert und so auch ein bisschen... Genau, so und das wäre halt cool, wenn du genau live das Ding gerade, gerade hören könntest, weil dann hast du nämlich... Tatsächlich, ja, wo du es sagst, ich meine, wenn man sich die Amis anguckt, ne? Das ist bei Algo. Die stehen da auf der Tribüne und haben die Micky-Mäuse auf den Ohren. Genau deswegen. Und haben da ihre Spotter und alles und hören damit zu. Genau, deswegen ja. Also es müsste einfach zugänglicher werden für die Leute, die reinkommen, weil die geräute das Auto und erbinden die meisten Leute ja eh, indem sie sich Oropax reinstecken. das wird schon reichen, wenn man sich anschaut, jetzt Indie-File-Fun wird es auch ein Ausnahmebeispiel. Absolut. Aber was da um dieses Rennen an Show geboten wird, da ist ja das... Das Rennen ist ja nur ein kleiner Teil von diesem ganzen Block, von diesem Event und auch jetzt 24 Stunden überkriegen sind die Adenau-Racing-Days abgesagt dieses Jahr. Das sind irgendwie Bauarbeiten und so und deswegen geht das nicht. Aber wo ich mir so denke, hey, da sind 100, 200.000 Fans vor Ort, wir müssen denen doch irgendwas bieten und wenn es nicht in Adenau ist, dann ist es vielleicht in Meusbad, dann fahren wir da um den Kreisel rum bei Mantai und da, wo die ganzen Rennteams sind im Industriegebiet. Ist ja egal wo, aber die Fans kommen ja dahin wegen uns und wegen dem Entertainment und klar, dieses eigentliche Rennfahren auf der Strecke ist auch Entertainment, aber man kann und man muss da irgendwie viel mehr machen und wie gesagt, ich glaube, die Amis kriegen das wirklich sehr, sehr gut hin und die Rennfahrer und teilweise ja auch die Mechaniker, die Rennmechaniker von so einem Nesca-Team, die werden ja gefeiert wie Rockstars. Das ist richtig krass. Da geben teilweise die Mechaniker-Autogramme und das ist ja einfach geil und ich glaube, so soll es auch eigentlich sein. Das finde ich jetzt auch leider, muss ich sagen, im GT-Sport und LMDH, also so im europäischen Raum, die ganzen Teams gehen irgendwie immer unter. Also gerade wenn du dir... Ja, aber jetzt, das ist ja auch so ein bisschen das, was wir mit der Doku versucht haben, da so ein bisschen die Hintergründe zu zeigen, warum ist das auch so und den Zuschauer mitzunehmen und das wird ja auch so ein bisschen Dokutainment genannt und weil es eben nicht nur Dokumentation sein soll, sondern halt auch Entertainment, weil es auch den Normalo abholen soll und so ein bisschen das, was Drive to Survive der Formel 1 gegeben hat, auch an Hype, auch an Normalos, die das jetzt zuschauen, das gibt es halt so im GT-Sport oder im normalen Motorsport nicht. Da fangen jetzt immer mehr Rennserien ja auch mit an, aber egal, ob das jetzt alles stimmt, was da gezeigt wird und wie das zusammengeschnitten wird und was auch immer, aber der Normalo will einfach so ein bisschen abgeholt werden und will einfach abends im Bett liegen und sich so ein bisschen berieseln lassen und entertaint werden. Den interessiert vielleicht gar nicht so, welche Reifen da jetzt gefahren wird und was auch immer, aber im professionellen Motorsport, DTM oder Europa, da werden ja einfach die Rennen übertragen und das war's. Dann fängt das Wochenende an, dann ist es zu Ende und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich find halt irgendwie ja, so dazwischen und dann auch in der Winterpause und so, da kannst du so viel geile Sachen machen und ja, ich mein, das haben wir jetzt bei der Doku auch nicht ganz geschafft, weil es eben ja sehr viel umfangreicher war, das alles zu schneiden und so und da muss man da ja auch viele Parteien glücklich machen und das zieht sich dann immer ein bisschen länger, als wie man das eigentlich will. Aber ja, so ein bisschen sind es ja eigentlich die Pausen, wo der Normalo entertaint werden will. Das hat Porsche übrigens durchgespielt, ne? Also Porsche hat das Game einfach durchgespielt mit, äh, mit der Michael Fassbender. Ah, das ist einfach, und das haben sie ja, das war auch so, so geil, also, da hat auch jeder Otto Normalo sich das angucken können, weil es eben nicht nur drum ging, Rennfahren und Fahrerwechsel und Reihenwechsel und gutes Rennen, schlechtes Rennen, sondern auch so dieses, boah, fuck, jetzt hat der ein Scheißwochenende gehabt, wie geht's dem denn jetzt eigentlich so damit? Das ist ja das, was sich interessiert. Wie geht's denn jetzt ein Max Verstappen nach so einem Dreckswochenende, sag ich mal? Das willst du ja wissen. Das ist das, was die Leute interessiert. Boah, du musst iRacing aufmachen und gucken, ob er online ist. Ja, aber das ist das, was ich meine. Das will natürlich keiner zeigen und das ist natürlich auch schwer als Fahrer, so ein Kamerateam, was man jetzt auch nicht seit zehn Jahren kennt, so persönlich da an einen Rand zu lassen und die Teams wollen das auch nicht zeigen und die Hersteller nicht und Organisatoren nicht und so, weil alles muss ja immer perfekt sein, aber eigentlich sind es ja die schlechten Momente, die die Leute interessiert und das, was ja dann auch so ein bisschen ja die Menschlichkeit dann ja präsentiert an den Zuschauer. Das hat Porsche jetzt zweimal hingekriegt mit Fassbänder und ich komme immer noch nicht auf seinen Namen mit dem Team, mit dem du jetzt gefahren bist, 24 Stunden in Spar. Antares auch. Ja, genau, Antares. Wobei das ja nicht Porsche gemacht hat, sondern der Antares auch hat es ja selber den Auftrag. Ja, aber es ist halt trotzdem mit Porsche, also ich denke mal, Porsche war da wahrscheinlich auch noch ein bisschen involviert, so. Ja, Porsche generell, was Marketing angeht, ist natürlich Benchmark, ne? Genie. Ja, wenn man so jemanden hat wie Michael Fassbender, dann ist er wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Budget, als wie wir jetzt zur Verfügung hatten für unsere, ich sag mal, kleine Doku im Verhältnis. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist halt eigentlich das, was die Leute sehen. Nicht nur den Sport an sich, sondern alles, was so drumherum passiert. Und wenn ich als Konsument das bewerte, mag ich es auch super gerne, diese Netflix-Serie mir anzugucken, wie ja Full Swing über den Golf oder über hier die Tour de France, was da gab ich, kann mich jetzt nicht an die Namen erinnern, aber ich hab keinen Plan von Golf, ich hab keinen Plan von Fahrradfahren, aber das waren einfach geile Serien. Weil du halt irgendwie so mitgenommen wurdest und alles so ein bisschen verständlich erklärt und so ein bisschen menschlich und du fieberst mit und boah, der hat jetzt ein geiles Rennen gehabt, der hat ein schlechtes und ja, du wirst einfach so ein bisschen mitgenommen und ich glaub, ja, das ist das, wo der Motorsport so ein bisschen ja, Nachholbedarf hat und das haben viele schon probiert, jetzt auch vor uns natürlich schon, aber so richtig gelungen ist das, würde ich sagen, so niemandem, außer vielleicht bei der Michael Fassbinder-Doku so ein bisschen, aber so richtig gelungen, würde ich sagen, ist eigentlich nur Drive to Survive. Ja, gut, aber... Und unsere Doku natürlich, also die ist natürlich die beste. Auf die freu ich mich übrigens und ich hab mir echt einen Lochenarsch gefreut, als ich das gesehen hab, dass sie kommt. Also da bin ich richtig ausgerastet, als ich das bei dir bei Instagram gesehen hab. Ja, leider wie gesagt, später als geplant, jetzt gab's auch da ein paar technische Probleme mit YouTube, eigentlich soll's am 23.05. schon kommen, jetzt erst dann heute, am 27. Wie gesagt, das ist, ja, so Projekte, da gibt's ja tausend Punkte, die man beachten muss und Parteien, die da involviert sind und ja, da ist es halt nicht mehr so einfach, ich sag mal, wie bei dir, wo du sagst, okay, ich lad's hoch, ich drück auf den Knopf und fertig. Ja, ja, klar. Den Tag hab ich dich übrigens verflucht, 23.05. hast du mir geschrieben und ich sitz, äh, 5, ich so, Chat, ich weiß nicht, ob die kommt, ich hab bei Tim gefragt. Ey, ich auch, ich auch, zu mir hieß es ja auch 23.05. Und ich denk, hä, aber wann kommt's denn, wann ist es denn jetzt online und dann war's bei Join online und bei YouTube aber noch nicht und dann hin und her und dann Wochenende und dann hab ich das Tamtam. Dann hab ich das angemacht, bei Join, hab die erste Folge geguckt, 80 Mal Werbung gehabt und bei der zweiten Folge kam, denn sie benutzen Adblocker, sie können das nicht gucken. Ich denk mir so, ich hab doch eben gerade 80 Mal Werbung gesehen, was ist jetzt hier dein Problem? Ich so, nee, wir müssen warten, Chat, wir warten jetzt einfach. Boah, ich hab so abgekotzt, ich hab so viel refreshed und dann hab ich mir gesagt, gut, dann gucken wir's halt nicht. Tim hat mich angeflunkert, irgendwas ist da passiert. Nee, ich glaub, das Warten hat sich gelohnt. Jetzt bin ich einfach mal gespannt, wie's ankommt. Ich hoffe natürlich, dass es ja irgendwo dann auch die Reichweite erzielt, die's erzielen soll und, äh, dass das Ganze natürlich auch dem Aufwand, weil so ein Projekt ist natürlich schon sehr, sehr teuer. Ja. Ähm, dass das irgendwo, ja, das so ein bisschen dann auch rechtfertigt und zurückgibt und das hoffentlich sehr, sehr erfolgreich wird. Aber, ja, das kannst du natürlich nicht so richtig beeinflussen. Da gibt's ja mittlerweile tausend Gründe, die da mit reinspülen und mit dem Algorithmus, den kein Mensch versteht und, ähm, jetzt hoffe ich, hoffen wir einfach mal das Beste und ich hoffe, dass eben vor allem mit dieser SimRacing-Community sich das so ein bisschen, ja, rumspricht und das gut ankommt und, äh, ich repräsentiere eben ja auch so ein bisschen die Community, und da hoffe ich jetzt einfach mal so ein bisschen, dass, äh, ja, da eben auch die Unterstützung so ein bisschen dann aus der Community kommt. Ich darf's auf jeden Fall nicht bei YouTube hochladen, nehm ich an. Weil, also, ich werd drauf reagieren, aber ich glaube, der DTM wird mir richtig einen reinnageln, wenn ich das hochlade. Da müsste ich, also, da hab ich keinen Draht. Müsste man mal anfangen, aber die Rechte für die Doku gehören ja uns. Weiß jetzt nicht, wie das mit den Ausschnitten dann ist von den DTM-Rennwochenenden, aber, das weiß ich ja nicht. Also, da kriegen wir bestimmt was hin. Du, ganz ehrlich. Zur Not einfach machen, wo kein Kläger, da kein Richter. Ja, genau. Ich hab nämlich, weißt du, der Witz an der ganzen Sache ist, ich so, hä, warte mal, Tim hat gesagt, das kommt, ich so, auf deinen YouTube-Channel gegangen, ne, hier kommt das nicht. Und dann nochmal extra hingeguckt, das kommt bei DTM, ich so, nein. dann hab ich, jetzt kommt's doch bei KW. Echt? Ja. Also, ist es nicht bei, offiziell bei DTM auf dem Channel? Vielleicht kommt's noch, aber es ist jetzt bei KW, weil, wie gesagt, technische, Wierigkeiten und hin und her. wer war nochmal dein Chef? Welcher? Bei KW? Der, äh, richtige Chef, Klaus Wohlfahrt, oder wen meinst du? Entschuldigen Sie, Herr Wohlfahrt, bitte striken Sie mich nicht auf YouTube. Es stellt sich gerade raus, es ist doch nicht bei DTM. Ich würde mir sehr gerne das Video von Tim, äh, anschauen und dafür sorgen, dass das ein paar mehr Leute sehen. Macht das einen Unterschied, auf welchem Kanal das hochgeladen würde? Ja, natürlich. Achso, ah ja, dann hast du ja hier richtig grünes Licht, dann Feuer frei. Naja, natürlich, weil die Ausschnitte von der DTM sind egal, weil die sind, also die sind bei, in Anführungsstrichen, in Fair Use, also deswegen sind die auch nicht so lang. So, wenn das jetzt bei der DTM gewesen wäre, hätte mir die DTM halt nicht... Aber selbst wenn es doch bei der DTM gewesen wäre, gehören doch die Rechte uns, also KW. Ja, das ist korrekt. Also die einzigen, die dich doch striken können, wir und nicht... In deiner Theorie, aber kann das ja auch über die DTM kommen. Weil, ne, siehst du ja bei denen auf dem Kanal. Ja, hier, wie gesagt, Feuer frei und... Uäh, wir gehen rein! Geil, das wird das erste Mal, dass wir uns so eine Doku angucken können und die auch wieder reuploaden dürfen. Boah! Wahrscheinlich kriege ich jetzt voll auf den Sack, weil es doch nicht erlaubt ist und riesen Skandal. Oh no! Ja, also das, vielleicht sollte man das vorher wirklich mal abklären, ob man das darf. Also, da müsste ich mal... Ich kläre es morgen für dich. Dann müsste ich einfach mal eine nette E-Mail schreiben, weil ich will halt keine Ärger haben, weißt du? Nein, 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 ich check das für dich ab. Wenn das, wenn das wirklich nicht cool ist, dann mache ich das nicht, dann gucke ich das natürlich offline nur mit niemandem zusammen und mache keine Werbung dafür. Ah, das passt schon. Ja, so rechte Geschichten sind, es gibt viele, viele unschöne Dinge, die da passieren können. Ja, leider ja. Leider auch mal wieder nur in Deutschland so, aber... Nee, das hast du überall. Das kann richtig... Ja, aber gerade so Social Media, Influencer-Marketing und so ist Deutschland, glaube ich, schon nochmal deutlich extremer, oder? Wenn man das mit den Amis vergleicht, wo du dann alles als Werbung kennzeichnen und so und... Ja, das hast du wirklich in Amerika nicht, nee. Ja. Das ist definitiv nicht so der Fall, nee. Aber es ist auf der eine, auf eine gewisse Art und Weise ist es ja eigentlich auch ganz gut, dass es so ist. Ich meine, das wird im Motorsport wird es auch nicht anders sein. Da muss ja auch, wenn man ja jetzt mal guckt, wie sich das die Jahre entwickelt hat, dass zum Beispiel ganze Zigarettenzeug und so darf alles nicht mehr da sein und dafür darfst du aber Onlyfans aufs Auto machen und Casino-Werbung, was ich auch nicht verstehe, aber ey, es ist wie es ist so am Ende, weißt du, es, es evolved... Jeder, wie er will. Genau. Also alles fein. Wollte ich gerade sagen, solange dabei immer keiner zu Schaden kommt, ist das ja vollkommen fein. Aber jetzt habe ich am Ende für mich nochmal kurz eine Frage, wann geht es los an den Ring und wie lange bist du da? Mittwochmorgen. Also Nürnberg ging es gar nicht so lang, wie man sich das vorstellt. Ein paar Fahrer reisen schon Dienstag an, wenn die eine weitere Anreise haben. Ich habe aber jetzt nur 50 Minuten. Ja. Das heißt, ich fahre Mittwoch morgens los und bin Sonntagabends wieder zu Hause. Also, ich hoffe, dass ich nicht Sonntagabends zu Hause bin, weil wir natürlich die Siegesfeier haben und da richtig einen drauf machen. Ja, so ist der Plan. Bis zu welchem Platz feiert man denn? Podium oder? Ja, ja, doch. Also bei einer 3 geht es auch saftig, schmaftig ab. Ja, schon. Also abgehen tut es natürlich richtig, wenn du gewonnen hast. klar. Aber, ja, so ein Pokal, da kannst du schon ein Bierchen dann mal trinken. Vielleicht auch zwei. Aber, so letztes Jahr zum Beispiel sind wir Zehnter geworden und wir waren ja auch lange mal weiter vorne gewesen. Ja. Ja, dann, ich meine, freust du dich natürlich trotzdem, du bist angekommen und alles super und so, aber dann fährst du halt heim und ich meine, das ist trotzdem dann irgendwo eine lange Woche und du bist dann halt kaputt und ja, dann bin ich halt Sonntagabends zu Hause, aber ich meine, insgesamt diese Vorbereitung, ja, ist jeder Fahrer so ein bisschen anders, aber eigentlich geht es so zwei, drei, vier Wochen vorher los, weil du dich natürlich auch so ein bisschen mental und körperlich versuchst vorzubereiten, also gerade jetzt bei mir, wo ich jetzt dazwischen keine Rennen hatte und mir das so ein bisschen erlauben kann, mich halt voll darauf so zu konzentrieren, versuchst natürlich schon zu gucken, dass du vielleicht nicht noch irgendwie dir ein Bein brichst oder dich erkältest und du versuchst vielleicht nochmal ein bisschen cleaner zu essen und einfach, ja, guckst, dass du dich wohlfühlst, versuchst in deinen Körper so reinzuhören und versuchst auch so ein bisschen auf deinen Kopf zu hören und bist du gestresst, musst du dich vielleicht noch ein bisschen ausruhen oder gehst vielleicht nochmal zur Massage oder so Sachen halt, ähm, die laufen halt eher so im Hintergrund, aber die reine Zeit vor Ort geht für mich Mittwoch morgens los, dann sind Mittwoch so Fotoshootings, Interview, da wird lustigerweise auch wieder eine Doku gedreht, aber ich glaube, diesmal für das 24-Stunden-Rennen selbst. Cool. Ähm, dann, ja, so ein paar Termine und Donnerstag geht's dann ja mit der Fahrerei los. Wir sind schon fürs Top-Qualifying qualifiziert, das heißt, wir haben jetzt nicht so den Druck und wir müssen jetzt nicht auf Biegen und Brechen da jede Session voll nutzen und voll mitfahren, aber, ja, du versuchst natürlich trotzdem, dich dann nochmal ideal vorzubereiten, nochmal Setup zu optimieren, nochmal als Fahrer zu gucken, dass du halt voll da bist und, ja, dann geht's relativ schnell eigentlich schon zum eigentlichen Rennstart. Wenn man das jetzt mit Le Mans vergleicht, da geht's ja eigentlich anderthalb Wochen vorher schon los, weil du ja die Testtage vorher hast und dann riesen Tamtam da immer zwischendrin. Das ist richtig krass. Das hast du beim Nürburgring jetzt eher nicht und in Spa hast du das auch nicht so, weil die Testtage da ja schon, also im Nürburgring sind die Testtage ja eigentlich die NLS und in Spa sind die Testtage ja auch schon ein paar Wochen vorher. Das heißt, das ist so ein bisschen zerpflückter und da reichst du dann halt an und dann ist halt das Rennwochenende und da bin ich dieses Jahr jetzt auch das erste Mal in arbeitender Funktion für KW, leider nicht als Fahrer, aber da bin ich auch mal gespannt, wie das dann da vor Ort ist. Warst du noch nicht? Nee. Das ist insane. Das ist insane. Ja, also ich hab viel Positives gehört, dass es krass ist und das wird's auch sein, aber ich mein, das ist so groß und so viel Zeit und so ein Mythos und ich sag mal, das dieses Jahr zum ersten Mal zu erleben wird bestimmt eine coole Sache. Ich wünsch dir so viel Spaß. Und auch aus der anderen Perspektive. Ich wünsch dir so viel Spaß. Also ich hätte mich auch sehr gefreut, wenn ich das nochmal hätte machen können dieses Jahr, so zum Medien erstellen quasi. Das ist einfach, da ist einfach eine ganz andere Welt. Also da sind so viele Menschen geballt, also nicht verteilt auf irgendwie 20 Kilometer, sondern da ist so viel geballt los und Action und ey, du könntest, ich hab letztes Jahr nichts von dem Rennen gesehen. Nichts, weil da so viel nebenher passiert, das ist einfach crazy. Das ist richtig verrückt. Das ist richtig schön. Ich bin auch sehr gespannt, wie dir das gefallen wird. Ja. Was ich dir definitiv empfehlen kann, ist der, es gibt einen Golfplatz mit einem Clubhouse. Mir fällt der Turn jetzt nicht ein. Wenn du die Möglichkeit hast, da hinzufahren, mit einem Rennen, gönn dir das. Das sind aber alle anderen bestimmt auch, oder? Nee. Das ist sehr exklusiv. Ah. Ja gut, dann kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Das weiß ich ja nicht, ob du die Möglichkeit hast. Arbeiten in der Bevölkerung. Wir sind ja hier nicht super duper VIP-Influencer, so wie du. Ja, aber wenn du Glück hast, kommst du da auch über zwei Handschläger ran. Und vielleicht kennt dein Chef. Versuch mal Glück. Vielleicht kennt dein Chef den einen oder anderen. Weil das, ey Tim, das ist richtig geil. Das, die kommen. Ja, wir haben einen dabei, der Französisch kann. Da habe ich dann die Hoffnung, dass der da ein bisschen vermittelt. Ja, weil das ist einfach, das ist fantastisch. Also die kommen halt volles Programm angeballert und dann runterschalten und dann fahren sie wieder los. Am Ende von der Langgrade? Genau. Geil. Das ist einfach nur schön. Und dann kannst du da stehen und dann gibt es einen schönen Champagner da oben. Und dann kannst du, also ich trinke keinen Champagner oder dann kannst du schön Champagner reinorgeln und dann kannst du dir das dann mal angucken. Ich trinke auch keinen Champagner, aber vielleicht eine Spezi. Eine Spezi. Ich weiß nicht, ob du da eine Spezi kriegst in Frankreich. Ach, dann mische ich mir die selbst. Weißt du, eine Cola. Ja, wollte ich gerade sagen, das kannst du ja dann machen am Ende, ja. Übrigens, mach mal Sprite rein, dann schmeckt die noch geiler. Einfach alles frei zu sagen. Probier mal. Das kann ich dir nur empfehlen. Der kleine Zitrone-Kick, der macht schon, der macht Spaß. Nochmal kurz zurück zum Nürburgring. Weißt du, wie lange du fahren musst? Also habt ihr schon quasi einen Stint-Plan fürs Wochenende? Noch nicht, aber die Rechnung ist ganz einfach. Das Rennen geht 24 Stunden und wir sind zu vier. Das heißt, 24 durch vier. macht sechs. Aha. Also fährt jeder Fahrer ungefähr sechs Stunden. Also kann natürlich sein, vielleicht ist der eine nicht so performant, der andere besser oder dem einen geht's vielleicht nicht so gut und der andere fühlt sich richtig gut. Keine Ahnung. Da ist das natürlich variabel, aber in der Theorie fährt jeder Fahrer irgendwo sechs Stunden oder halt bei den Teams, die zu dritt sind, dann halt acht Stunden. Darauf wollte ich eben hinaus, weil es gibt ja doch mal Wechsel. Es gibt ja zum Beispiel Barthurst ist dieses Jahr witzigerweise, ich weiß gar nicht, war das das Auto von Marcello, da ist der Bronzefahrer seine Zeit gefahren, eine Stunde 45 und die anderen beiden haben den Rest runtergerockt. Das ist ja oft so bei den Bronzer. Die fahren halt ihre Mindestzeit und kommen die Profis rein. Das macht taktisch auch Sinn. Ich meine, am Nürburgring, wo die Autos oder zumindest die vorderen eh alle mit Pros besetzt sind, da macht das jetzt nicht so den Unterschied. Aber ja, hast da schon Spielraum. Die einen fahren Single Stints, die anderen Double Stints. Wir fahren halt beim 24 Stunden in der Regel Double Stints, weil du halt den Vorteil hast, vor allem wenn du dann zu viert bist, dann hast du eine relativ lange Pause von sechs Stunden zwischen deinen Stints. Ja. Ja, vier. Ich meine, du musst zwei Stunden vorher dann eigentlich schon wieder bereit sein, weil du musst da auf Abruf halt in der Box stehen, falls es dem Fahrer, der gerade fährt, irgendwie schlecht geht oder so. Aber trotzdem hast du relativ viel Freizeit, sag ich mal, wo du dich dann auch hinhauen kannst. Wenn du jetzt Single Stints fährst, wo du vielleicht nur zwei, drei Stunden dazwischen hast, du musst da erstmal runterkommen, da willst du vielleicht eine Kleinigkeit essen, da musst du dich hinlegen und bis du dann eingepennt bist, dann musst du eigentlich schon wieder in der Box stehen. Also das kann man sich dann eigentlich sparen und bei den Double Stints, wenn man zu viert ist, dann ist das eigentlich relativ entspannt. Also das ist dann auch herausfordernd und so, aber zumindest kannst du dich dann mal hinhauen und wir haben im Fahrerlager auch immer einen Container stehen, wo wir Betten drin haben, wo wir uns auch umziehen können und so. Ja. Das heißt entweder man haut sich dann da hin oder ich hab's letztes Jahr auch so gemacht, ich bin mit dem E-Roller dann rübergefahren ins Hotel, hab da geduscht, hab mich da kurz hingelegt und bin dann wieder rübergefahren. Ja. Hast du oder ihr jetzt, ich meine ihr habt euch ja schon sehr gut vorbereitet und ihr habt ja auch ein sehr starkes Auto mit einem Falken Porsche. Wo würdest du denn sagen, ist so die größte Konkurrenz? Das Problem ist, dass es eigentlich 20 oder mehr Autos gibt, die siegfähig sind. Also zum einen, erster Gegner ist immer dein Teamkollege beziehungsweise jetzt das Schwesterauto, was man natürlich schlagen will und das ist auch sehr stark besetzt. Aber ja, ich sag mal, Rello ist immer irgendwo so ein bisschen ein Favorit. ich glaub, die BMWs werden dieses Jahr sehr stark sein. Der Abt Lambo ist auch stark. Also, da fängt's jetzt eigentlich schon an, die Liste nimmt eigentlich kein Ende. Ja, ja. Es gibt so viele starke Autos, die ja eigentlich alle Siegchancen haben und da muss man echt mal abwarten. Das ist dann wirklich auch so ein bisschen tagesformabhängig und am Ende natürlich irgendwo auch BOP und Wetter, dem einen liegt das heiße Wetter ein bisschen besser, dem anderen das kalte, dem einen trocken, dem anderen Regen und ja, einfach mal abwarten. Aber ich hoffe natürlich, dass am Ende vom Rennen wir irgendwo ganz oben stehen. Ich hab mich dieses Jahr gegen ein anderes Auto entschieden. Ich bin ja, also Gegen welches? Also, was heißt, also bei mir ist so, ich bin sehr großer Maro Engel-Fan. Also, nicht Fan im Sinne von Fanboy, aber ich find Maro einfach in dem Mercedes brutal und das war für mich auch immer, Maro war für mich so ein Grund zu sagen, ich möchte Endurance-Rennen fahren, weil der einfach so stark ist in Endurance-Rennen. Ich weiß noch gar nicht, also, ich hab mich sehr gefreut, dass er DTM fährt, aber ich hatte ihn nie so auf dem Schirm als Sprintrennfahrer und das, Maro ist dieses Jahr leider, das tut mir wirklich leid, Maro, aber du bist auf Position 2 heute dieses Mal beim 24er, weil er ist ein Falken-Porsche diesmal. Du, wenn's so bleibt, wir gewinnen und der Zweiter wird, ist doch alles gut. Ja, du. Also für uns zumindest, für ihn natürlich nicht, aber. Ja, du, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber es ist halt für mich schön, weil, naja, ich sag mal so, einer von uns und da du einer von uns bist, müssen wir ja nur auch hinter dir dann stehen am Ende. Also, so seh ich das zumindest. Ich hoff's, Ja, wo du nachher dann bist. Du musst die Renngötter anbeten und, äh, ja, für mich die Daumen drücken. Ja, wir haben uns schon verabredet im Discord. Für uns, nicht nur für mich, wir sind ja ein Team. Ja, wollte ich gerade sagen, für alle, ja. Aber das ist ja, da schließt ja immer das ganze Team mit einer am Ende, weil, äh, ne, einer von uns, dann gehören gleich alle dazu. Vielleicht wird man, vielleicht gibt's jetzt dieses Jahr eine riesige, Falken-Porsche-Rennmeile. So eine richtig große Kurve. Wär schon geil. Ja, mal gucken. Oder so eine Tim-Heinemann-Fankurve. Na, jetzt übertreib nicht, ihr seid ein ganzes Team, hast du eben gerade gesagt. Ja, vielleicht hat jeder Fahrer dann ja eine Kurve. Was, zuerst ich, dann der Raggi, dann der Wenzel, dann der Joel. Naja, warum nicht? Und alles ist diese Falken, Falken-Streckenabschnitt, aber jeder Fahrer hat eine Kurve. Das wäre natürlich auch fantastisch, ja. Das wird ein Spektakel dieses Jahr, ich bin gespannt. Also, da sind echt Autos dabei, da ist mir die Kinnlade runtergefallen. Porsche vom Grello die Besetzung gesehen habe, da ist mir kurz mal alles vergangen. Ja, kriegen wir schon hin. Ich freue mich. Also, naja gut, war das letztes Jahr, als Kevin Estre sich ein bisschen vertan hat? Ja, ich glaube, das war letztes Jahr. Ja, weiß gar nicht. Vertan oder Reifenschaden hat man auch irgendwie mal gemunkelt. Wollte ich gerade sagen. Keine Ahnung, aber der hat sich da irgendwie weggedreht. Ja, genau. Ja, war der raus, aber. Das passiert viel, viel schneller, als man denkt. Also, das ist, das Problem ist halt mittlerweile, dass du so viel pushen musst. Ja. Und vor allem mit dem GT3 im Verhältnis zu den vermeidlich langsameren Autos bist du auf der Geraden ja oft gar nicht schneller, sondern nur in den Kurven. Ja. Das heißt, du hast gar nicht mehr so die Möglichkeit, auf den Geraden vorbeizufahren. Also musst du in den Kurven noch mehr pushen, um halt da irgendwie dann links und rechts vorbeizukommen. Und da geht es echt immer so zur Sache. Und dann durch den Verkehr, durch Flügen und so, boah, das ist schon echt immer auf Messerschneide. Ich meine, das macht es irgendwo aus und davon lebt das Ganze auch. Aber das ist schon was anderes, als wie zum Beispiel in Spa, wo du halt nur GT3-Autos hast. Da ist das dann schon eher ein bisschen ausgeglichener. Du weißt, wo du überholen kannst. Du weißt ungefähr, die Geschwindigkeiten einzuschätzen. Aber auf der Nordsteife, dann kommst du über eine Kuppe oder durch eine blinde Kurve und auf einmal, ich sag mal, steht ein Dacia Logan vor dir, was dem Laurin Heinrich ja letztes Jahr da auch passiert ist. Und ich meine, das kann jedem anderen auch passieren. Also geht wirklich viel, viel schneller, als man denkt. Ich war noch nie dort. Ich kann das nicht einschätzen. Ich habe diese Strecke noch nie besucht. Wir machen mal eine Taxifahrt. Aber also eine Taxifahrt, du fährst oder wie? Ja. Okay. Kann ich dir sogar jetzt hier hochoffiziell zusagen und versprechen, in einem GT3 RS. Kriege ich hin. Okay. Du weißt schon, das ist jetzt gerade wieder so ein Ding mit Le Mans Premium Einladung. Also ich kann ja dann schon gar nicht mehr... Ja, aber guck mal, jetzt da tatsächlich Nordschleife. Also du scheißt dich sowieso ein. Das glaube ich nicht. Die erste Runde war bei mir mit einem Toyota GT86 mit 200 PS und da habe ich mich auch eingeschissen. Meinst du, man scheißt dich ein? Ja, schon. Okay, gut. Ja. Also sagst du vorher Pipi Kaka machen und dann rein? Ja. Okay, gut. Also bei mir war es so, ich kenne viele, bei denen war es auch so. Okay. Ähm, ich meine, ich kann dich jetzt so nicht einschätzen, aber, boah, Nordschleife ist schon, weißt du, auf wie vielen Rennstrecken bist du schon mal gefahren? Null. Dann scheißt du dich erst recht ein. Null. Also, also wirklich, da ist Achterbahn, Kindergeburt dagegen. Deswegen habe ich das ja gerade gesagt, so, äh, Le Mans. Nee, aber dann, dann ist es ja eigentlich gerade richtig mit dem GT3 RS. Natürlich. Weil dann wird's ja, dann wird's nur noch schlechter, nur noch langsamer. Ja. Dann wird's ja einfach eigentlich. Weil wenn du jetzt mit einem langsamen anfängst und dann mit einem schnellen, dann scheißt du dich wieder ein und so. Aber. Du sagst das so schön, Alter. Ich bin gespannt, du. Nein, ist schon, ist schon brutal. Aber, wir haben ja schon hier ausgemacht, äh, ich stelle mal deinen Simulator ein, du kommst mal hier mein, äh, Probefahren. Und da ich ja sozusagen in der Umgebung vom Nürburgring lebe, dann, äh, machen wir das. Das wäre. Das wäre, wirklich ein bisschen Content machen und so, ne. Versteh's schon, aber. Tim, das kriegen wir alles hin. Also, daran soll's nicht scheitern. Also, Content machen, wenn das, wenn das gewünscht ist, mach ich dir natürlich was. Und außerdem, wie wär's denn, wenn wir einfach so eine schöne Podcast-Folge aufnehmen, währenddessen wir auf den Nürburgring fahren? Aber das geht, ja, du wirst das wahrscheinlich noch hören. Also, für mich ist das gar kein Problem, dann als Fahrer, aber für dich wäre das ein Problem. Wahrscheinlich, ja. Kennst du die Videos, wo ein paar das schon gemacht haben, so Interviews beim Fahren? Der Fahrer, der sitzt ja immer drin, easy peasy. Ja, ja. Der Freifahrer, der ist immer am Schreien. Vor allem, wenn du dann ja beim Fahren nicht nach vorne guckst, sondern runter guckst, dann wird's ja noch ekliger. Ja, ich guck schon auf die Strecke. Ja, aber wenn du dann Fragen vorlesen musst, oder so? Muss ich nicht. Ach, du hast alles im Kopf dann. Tim, ich hab das noch nie gemacht. Also, ich hab schon, ich hab wirklich Menschen schon interviewt, ich mach das lieber aus dem Kopf, als mir das aufzuschreiben. Also, auch heute hab ich dir ja gesagt, ich hab nix. Und hast du dich so gefühlt, als wenn du beschissene Fragen gekriegt hast? Ja, schon. Danke. Arschloch. Du Penner. Nein. Alles super. Es ist ja am Ende, du willst ja eigentlich nur, mit den Fragen willst du ja nur erzeugen, dass derjenige was von sich erzählt. Und da musst du eine richtige Frage stellen. Guck mal, du hast vorhin, hast du ein Segment gehabt, hast du 15 Minuten gequatscht, da brauch ich dir keine Fragen stellen. Und dann, da ich dir ja eh zuhöre, kannst du ja immer wieder Folgefragen stellen. Coole, Typisch Verkäufer halt, ne Industriekaufmann, da ist man am Quatschen und am Quatschen und am Verkaufen und schrecklich. Schrecklich, sagt er. Aber Tim, dann lass uns das doch mal festhalten und dann können wir ja so langsam zu Ende kommen, weil wir sind jetzt zwei Stunden schon dabei. Und ich glaube, also ich bin gespannt, wer sich das bis zum Ende gibt, äh, unsere, unsere Konversation hier, ähm, weil, also da wäre tatsächlich, ne, ich bin ja kein YouTuber und so, ne, aber ich wollte es immer schon mal sagen, da wäre tatsächlich mal so ein, so ein Like und ein Kommentar, wäre da tatsächlich, wir müssen uns irgendwie so ein Codewort überlegen, weil sonst wissen die anderen das, ja? Genau. Äh. Und das muss in einem Satz verbaut sein, dass die Leute das nicht sehen können, sondern nur wir beide verstehen. Ja, ja, ja. Wie wär's denn mit, ich, das wäre ein guter Satz, ich feiere Delivery vom Falken Porsche und die vom Sim2DTM. Wenn du den... Das schreiben ja eh schon alle. Meinst du? Aber das muss genau dieser Wort... Die Delivery sind doch beide geil. Ja, die sind wirklich beide geil. Ja gut, aber was willst du sonst machen? Die sollen sich einfach irgendwas überlegen. Und wie willst du das nachher rausfinden, wenn du das selber nicht weißt? Toll, Tim! Super fantastisch! Ja, wie viele Kommentare hast du denn bei so einem Podcast? Also die letzte, die letzte Podcast-Folge mit Nils Naujux, die ging zwei Stunden, da waren über 200 Kommentare drunter. Ah ja. Und da du jetzt... Ja, dann ist das ja die Benchmark, da brauchen wir 201. Also du bist... Dann aber, dann nehmen wir doch als Codewort einfach die 201. 201? Okay. Oder wie viele Kommentare hatte der? Ich gucke jetzt... Warte, ich gucke jetzt nach, Tim. Extra für dich. Weißt du, dann sollen die nicht so... Normalerweise schreiben die doch immer Erster und so, ne? Genau. Dann sollen die nicht Erster schreiben, sondern 201. 201, warte, ich gucke jetzt nicht, dass ich geflunkert habe. Stimmt. Also Niklas Huben hatte 79. Wo ist Nils? Meine kleine Maus. Du hast ja mehr Kommentare, als ich Likes. 163 hatte Nils. Ja, dann machen wir 164. Ist das Codewort. 164 ist das Codewort. Dann wollen die Leute 164. Schreiben. Ja, aber das können die ja auch einfach kopieren. Das muss ja in irgendeinem Satz sein, dass das nicht auffällt. Hauptsache, wir haben mehr Kommentare, als der Nils. Wer Nils einfach auspolen möchte. Ja, bitte. Also 164. Ist es. Wenn ihr bis hierher, wenn ihr bis hierher gehört habt. Aber ich werde dir jetzt schon sagen, die Leute möchten eine weitere Folge haben. Das reiche ich jetzt schon. Also, wie gesagt, ist für mich fein. Dann machen wir das auf der Nordschleife und dann hängt es an dir. Ja, aber das reicht ja nicht. Guck mal, du fährst ja acht Minuten. Da sagen wir mal, wenn wir Touristenfahrten machen, bist du bei neun Minuten vielleicht, neun dreißig. Ja, ich könnte dir ja ein paar Sachen zeigen da vor Ort. Machen wir so ein bisschen. Hast du schon mal so Vlogs oder so gemacht? Nee, aber dann machen wir, dann machen wir, ja, habe ich schon gemacht, aber dann machen wir einen Podcast in Bewegung. Ja. Oh, Tim. Das sind ja, das sind hier Möglichkeiten, die sich gerade eröffnen. Okay, das ist ein Deal. Irgendjemand ist gerade da. Ah. Guck, jetzt werde ich schon abgeholt. Jetzt, das ist jetzt das Codewort, ja? Das ist das Zeichen. Okay, wir müssen zum Ende kommen. Äh, Tim, wenn ich währenddessen ich das jetzt schließe, der Gast hat immer das Endwort und schließt den Podcast sozusagen ab. Ich werde jetzt quasi loslegen. Du kannst dich schon mal überlegen, was du sagen möchtest, weil du schließt das Ding hier zu. Okay. Freunde der Sonne, schön, dass ihr alle da wart heute. Denkt bitte da dran, schreibt das Codewort unten rein. Tim würde sich sehr freuen, weil den interessiert das. Der ist ja eigentlich nicht wirklich ein Content Creator, sondern mehr oder weniger ein Fahrer in der Sim, als auch im realen Leben. Falls euch doch noch mal irgendwas interessieren sollte und ich wirklich einen Zettel an Fragen mitnehmen sollte, die ich Tim irgendwann mal stellen soll, was wir ja gerade gehört haben, was passieren wird, dann schreibt das doch gerne unten mal rein und lasst euch doch gerne mal wissen, wie ihr so die Reise von Tim bis jetzt empfunden habt. Und denkt bitte da dran an, einer von uns, wir feuern den jetzt an. Wir richten jetzt hier den offiziellen Tim Heinemann-Fanclub ein, bis irgendwann vielleicht noch mal wer anderes hier auftaucht, Max Verstappen oder so. Aber wir sind loyal. Wir bleiben jetzt bei Tim. Es war nur ein Ärgernis. Nee, ich wollte Tim einfach nur ärgern. Tim, ich möchte dir danken für deine Zeit. Schön, dass du da warst heute und so offen über alles gesprochen hast. Und ich freue mich sehr auf zukünftige Sachen, die wir vielleicht mal veranstalten werden. Und gebe dir jetzt das Mikrofon. Bitteschön. Das imaginäre Mikrofon zu mir. Ich mache es kürzer und zwar einfach danke für deine Zeit. Danke für alle, die zugehört haben, sich das angeschaut haben und bis zum nächsten Mal. Oder ist das zu kurz? Muss nicht länger sein? Nein. Nee, passt, oder? Wenn du das so, du hättest jetzt allen Sponsoren Danke sagen können, du hättest so alles auffüllen können, Tim. Du hättest alles machen können. Das wissen die eh schon. Fantastisch. Ciao. Ciao. Bis dann. Ciao.